Insgesamt drei kleine, zwei große, oder? Da waren richtig viele Cops, mann, mit Schuss, Gefecht, alles, mann. Ich weiß nicht, ob irgendein erwischt wurde. Ah, Curtis stand eben noch hier. Wo ist der hin? Okay. Na, Jamaah meint der. Kann ihn nicht erreichen. Kann man Edel und ihr erreichen. Cooper? Jo? Ja? Sind alle irgendwie in Sicherheit und so, Mann? Nee, Alter. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Also pass auf, Craig, Curtis... So wie ich es mitkriegt habe, ist... Also ich habe gesehen, dass Jemo verhaftet worden ist. Oh, nee. Und Rakim und Shorty war, glaube ich, auch dabei. Oh, nee. Und Rakim und ich sind jetzt auf dem Weg zum... Verarbeiter. Jo. Hier ist das Naki-Dai-Camp. Weißt du, wo das ist, ne? Ja. Ja, alles klar. Ja, gut. Treffen wir uns hier. Fuck. Der Curtis ist hier auch. Der Curtis ist hier auch, ja. Ja, okay. Peace. Also Demba und Giffy fehlen kann das sein. Demba, Giffy, Shorty, Jemo. Nee. Seid ihr fertig? Nee. Noch lange nicht, Mann. Fuck. Hey, ich gucke weiter. Halt dein Telefon, Brad Cooper. Falls ich anrufen muss. Yo, Curtis. Der Edel, meinst du mir, dass die eventuell den Jemo, den Shorty und den Demba haben, Mann? Nee, hey, Demba ist mit Jema. Die haben vielleicht Shorty und Jemo. Ja, dann haben die Shorty und Jemo. Aber deswegen ist er aber schuld, ich bin dumm. Wir können jetzt gleich nicht wegverkaufen, ne? Nee, wir können... Das ist ja kein Thema. Das können wir nach einer halben Stunde, also wenn wir fertig sind, eine halbe Stunde warten und dann ganz ruhig. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich verstecken, Demba. Wir machen das gleich so. Hier oben ist eine Garage, Mann. Da parken wir ganz normal die Arbeitsautos ein und fahren mit Privatautos dann in die Stadt, würde ich sagen. Und umziehen, Mann. Jo. Wie lange seid ihr denn dem scheiß Cop-Auto noch hinterher gefahren? Voll weit. Bis zum Strottplatz und noch weiter. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, Alter, dass ihr da so hinterher gebrettert seid. Und pass auf, und dann kamen irgendwie direkt zwei Zivilcassen und noch ein Cop-Auto. Also, man, wir stehen hier ewig zum Fahrarbeiten. Seid nur ihr weggekommen? Curtis ist noch hier. Edel und... Edel und Rakim sind auf dem Weg. Ja, ich habe mit Gülfi geredet. Und während wir geredet haben, wurde der angeschossen. Okay. Fahrzeug. Wir müssen mich gleich wieder mitnehmen, ne? Ich habe... Der Wagen ist im Arsch von Demba. Also, IM-Platz habe ich auf jeden Fall. Okay, fahr ich bei dir mit. Ja, das ist ja wohl der Queen. Und wenn nicht, da ist ja auch eine Vierer-Karre, Mann. Bin jetzt weg, Jungs, ne? Okay, Mann. Ja, dann hauste, Mann. Rakim, schau dir jetzt aufpassen. Such den schickes Haus aus, Mann. Rakim, danke fürs Fahren. Hey, aber guck, dass du dein Auto wegbringst, Jürgen. Dann bist ja schnell, ich bleibe dir der Max. Du rückst doch irgendjemanden an die Hand, Cooper. Ja. Fahr noch nach Hause, Mann. Was denn? Das verarbeitet er. Alles klar, Bruder. Wo er hin- und hertauschen muss. Ich komme mir gerade irgendwie nur an das Auto hier, dann das nervig ist. Ey, so wie ich mitkriegt hab, hat Shorty und Jemo erwischt. Und Güphi anscheinend auch, oder? Ja. Das hab ich nicht mitkriegt, nur von Shorty und Jemo. Ist auf jeden Fall bei einem. Braucht ihr noch? Ja, dauert noch. Das dauert noch, ja. Okay, dann bleib ich im Torben so lange. Wo hast du den? Wo ist der Shorty? Unter Güphi und der Jemo? Die hat's erwischt. Und, äh, die sind verhaftet worden. Hm. Und, äh, die sind verhaftet worden. Schnittschneller, Craig. Geht nicht, Mann. Geht nicht. Aber, dass die Pisser da bis nach hinten reinfahren, ist ja zum Kotzen. Ja. Alleine wär's da jetzt schon wieder hinüber gewesen, ne? Ja, vor allen Dingen, die sind gekommen. So, du mal, so wie wenn sie's groche hatte. Ja. Die sind gekommen, Alter, als ich grad wieder angefangen hab. Ich hätt wirklich nicht mal meine Karre leer machen können. Ich wär auch aufgeschmissen gewesen. Ich glaub, wir können ja auch eine kleine Karre voll machen und die schon losschicken. Also, ich hab hier aus der Karre links neben mir 20 rausgenommen. Da sind jetzt, glaub ich, gleich noch 10 drin. Okay, dann packe ich da jetzt gleich 20 rein. Ist voll jetzt? Ne, da müssen jetzt Platz für 10 sein. Okay. Beziehungsweise für 50. Gut, dann hau ich da jetzt gleich noch 50 rein. Dann kann die Karte eigentlich schon eingepackt werden oder so. Ja. Die haben mir einen Platten geschossen. Weißt du, wie scheiße das war zu fahren? Hey, wie gesagt, ich konnte nicht verstehen, dass ihr da so lange hinterhergebrettert seid, Mann. Ich bin ja dann die Brücke runtergefahren und dann das Ding erstmal einparken. So, das Auto ist fertig da. Yo, Edel. Edel. Such mal den Fahrer bitte von dem Auto hier. Der kann schon losdüsen und was Auto erst. Ich seh hier kein Auto. Na, hier direkt vor mir. Also entweder Demba, ähm, wer fährt denn noch so ein Auto? Ja, das ist so klar. Alter, ich glaub, wenn die Jemmo wirklich haben, ne? Dann wird aus dem seinem Urlaub nix. Der saß schon dreimal und jetzt auf Cops geschossen und alles, Alter. Scheiße, der saß echt schon dreimal? Ich weiß, nur vorhin ein Mal. Nee, zweimal auf jeden Fall. Was treibt der denn Urlaub? Der ist immer der Gearschte, der gecached wird. Grüß dich, Knobi, was geht? Oh, Mrs. Sanity, vielen Dank für den Host, ne? Sehr gegrüßt, was geht? Hast du wieder ordentlich reingefiedert in LOL, oder was? Wir müssen auf jeden Fall immer sehen, dass der Curtis nie erwischt wird, Craig, Alter. Das ist... Wir müssen immer gucken, dass der wegkommt. Im besten gar keinen erwischt. Ja, aber sobald der Curtis vorbestraft ist, können wir das abschmieren mit dem Bennys, Mann. Vorbestrafte kriegen keine staatliche Förderung und so, Mann. Okay. Weißt du, wie hoch sein Kredit ist, den er nimmt? Nee, weiß ich nicht. Ja, im schlimmsten verlässt er das Ding dann auf den Namen von jemand anders laufen, Mann. Wäre vielleicht sowieso das Schlauste. Alter, dass die Cops da wieder direkt gekommen sind, Alter. Oh, shit, Alter. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben, sich verhaften zu lassen. Ich bin selbst mit dem scheiß Kräuterwagen davon gekommen. Und ich hab nur mal eine Exerrunde gewählt. Alter, die haben das Polizei-Auto... Also, irgendwelche von uns haben das Polizei-Auto gejagt. Alter, spätestens nachdem wir da links den Berg raus waren, also auf der Straße, hab ich gedacht, wir hauen jetzt alle ab. Aber nein, alle fahren weiter der Karre hinterher, Alter. Ja, und dann hab ich gesehen, wie alle der Karre hinterher gefahren sind. Da dachte ich, okay, fährst du auch nach. Hab mit meinem Bulli da irgendwie die ganzen kleinen Scheiß-Autos überholt und war mitten vorne an der Front am Ballern. Und dann hab ich nur so gesehen, zwei Zivil-Autos und so. Oh nein, Mann, bin bei der JVA da links übern Acker, Alter, und bin abgehauen. Ja, die hätten wir gleich oben am Feld festhalten müssen. Ja, Mann, es war klar, dass die direkt funken, Alter. Wie viel kriegst du pro Gramm? Drei Dollar? Drei Dollar. Wie dem Berg, den du? Na, deine Karre ist schon fertig. Die kannst du theoretisch wegfahren. Hältst du das echt? Ja, das war klar, dass die Keine. Ja, ja. also ich glaube dein bulli ist das hier vorne der ist gleich fertig da sind noch zehn drin oder so aus einer so eine blüte werden halt zehn gramm das ist halt schon hart kommen ja ich fuhm Oh, shit, man. Oh, Gott, Jemmo tut mir so leid, Alter. Der ist schon... Oh, der wird so lange sitzen müssen. Shit. Oh, Mann, der Jemmo tut mir so leid, Craig. Ja, vor allem nicht, ich will nicht wissen, was die für die scheiße Tingo auf Kopf schieben. Oh, shit. Na ja, gut, Marihuana haben sie nicht in der Tasche, aber reicht ja schon. Probieren wir sehr lange? Ja, einen ganzen Transporter auf jeden Fall noch. Ja, einen Transporter gleich noch, dann sind wir fertig. Kleine Karre, da hinten hast du schon fertig gemacht? Oh, nee, die auch noch. Oh, shit, man. Na, da hab ich schon 20, also fertig gemacht, da sind noch 10 drin. Okay, mach ich dir jetzt gleich fertig. Aber da war doch noch eine dritte kleine Karre, oder? Ja, von Giphy und den wurde er bestellt. Oh, der hat dann noch ein größeres Problem, Mann. Okay. Oh, boy. Okay. Vielen Dank. Nee, nee, ist unten rein, ist noch. Da muss man überlegen, wenn die Cops irgendwann mit Overwatch hier drum fliegen, Craig, ne? Kannst ja gar nichts mehr machen, Alter. Nee. Ja, ich hab mir schon was überlegt, ich weiß schon, wie ich das mache, ohne dass sie mich kriegen, Mann. Ich ruf mir ein paar Deppen vom Feld, mach denen den Transporter voll, hier die kleinen Dinger. Lass sie dann das Zeug vom Feld hierher fahren, beziehungsweise zu dem anderen Verarbeiter. Und dann lasse ich es dir in die Stadt fahren. Dass ich gar nicht selber mit dem Druck unterwegs bin. Nee, find ich auch. Bisschen insane. So, also die kleinen Autos sind fertig. Die kleinen Autos sind fertig, nur noch der eine Transporter. Okay. Ich sag, wenn du fertig seid, ich hole die Leute. Alles klar. Also 10 Minuten wird's mindestens noch dauern. Oder was sagst du? Ja, 5 Minuten. 5 Minuten sind wir durch. Nur noch der eine Laster da und dann können wir los. Die beiden kleinen Autos sind fertig, Curtis. Und dann ist der Bulli hinter mir und nur noch der rechte. Alter, ich glaub, der Jermo, der verbringt seinen Urlaub erstmal ganz lange da unten. Fuck. 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 Das ist die Krägerin oder das ist die Krägerin? Das ist die Krägerin, die wir sehen wollen! Das ist die Krägerin, die wir sehen wollen! Das ist die Krägerin! So, jetzt gleich jeder noch mal ne volle Bauchtasche verarbeiten, dann können wir los! Was haben wir denn eigentlich? Bauchtasche? Feinstes? Ne, unreines Marihuana! Dann haben wir 800... Die beiden sind 800 und eure sind 300 und haben 1100, man! Das ist schon... Gut war's! Was ist das Wert? 1100 mal 3 Dollar! Also 350 Dollar! Ja! Pfff! Ich kann selber rechnen, man! Da kommt 500 raus! Ne, hier, 350, man! Siehst du, du kannst nicht rechnen! Stimmt, steuern und so musst du noch einrechnen, Edel! Was, wenn wir den jetzt reinmachen? Und ihr müsst mal rechnen, als ich hochgenommen wurde, Jungs! Ich hatte 13 verarbeitet, also verarbeitet und 20 nicht verarbeitet und die wollten mir erst 16.000 Dollar Strafe geben, Mann! Was? Alter, ich hab für 2 Gramm Chi... Hab ich 280 Tage rein müssen! Ja, ruhig 200, weil die mir den Handel nicht nachweisen konnten! Pfff! Pfff! Scheiße! Aber, ich sag's euch, habt ihr so nen Bulli wie wir hier voll? Mit 400 Gramm? Ja und Schiss! Seid ihr direkt wegen Handel dran! Einzelhandel oder Großhandel? Großhandel! Ich brauch drei Bullis, Alter, um mein Dings und meine Garage voll zu bringen, ist Eigenbedarf! Die kommen alle in den Knast, Alter, wenn wir erwischt wären! Ich hab schon bissle Angst jetzt zu, aber richtig! Ich glaub, die Cops haben gerade genug zu tun! Weil mein... In meinem Puls, der bumbert ganz schön, du! Oh, als die mir da hinten rechts nen Platten geschossen haben und der eine Undercoverwagen mir hinterher ist, dachte ich auch so, Och ne! Dann bin ich da bei der JVA links, bin ich abgehauen! Das Problem ist, ich hab rund los einfach immer Platte Reifen, ich weiß nicht, wo oben! Okay, das ist scheiße! Ja, weil der Karo war ganz an den Feld gestanden! Und als ich eingestiegen bin, ist ein Reifen geplatzt einfach so! Eben unten, ne? Beim Marihuana abbauen, das steht der Platten! Ja, hab ich's gehört! Du bist eingestiegen, hat's Peng gemacht! Keine Ahnung! Einfach so! Und vorne der Achsel hat sich auch verbogen! Und was ist cool? Ich glaub, deine Nase ist zu dick, Craig, nicht mein Hintern! Du bist doch beim Bücher entgegengekommen, dem Reifen! Hast du dein Loch reingestogen mit deiner Gargamel-Nase? Gargamel-Nase? Ja! Mach das gut, Mann! Ich seh das wie viel Libyen macht! Aber diese Cops in dem einen Auto, ne? Ja! Die wollten einfach nicht K.O. gehen, Alter! Wir haben so viele Leute drauf geschossen! Ja, das kannst du vergessen, Mann! Ich glaub das ist momentan nicht möglich! Man wollte irgendwie meine scheiß Pistole nicht nachladen, Alter! Und dann dachte ich, oh fuck it, du haust ab, Alter! Ich versteh immer noch nicht, Alter, dass die da so lange hinterher gefahren sind! Ich hab den Germano hängesam mit der Wand mit dem Urlaub! Anternaut? Ne! Demba, du kannst denen sagen, wir können jetzt gleich los! Okay! Der Germano hat auch noch 20 Gramm in der Tasche! Also verarbeitet schon! Achso, ja! Also Goofy ist im Crunkle los, der wurde angeschossen! Was mit den zwei Anlagen ist, wissen wir nicht! Okay! Was jetzt noch? Fünfmal noch, dann können wir jetzt gleich los! Also, eine Minute! Also, kann man wegbringen, umziehen gehen und... Wo wollen wir die Karren denn hinbringen? Hier vorne! Guck mal, die haben hier im Norden, haben die nen... Ähm... Ne Garage und nen Händler... Komm hier... Discounts da, mein ich! Aber wenn die anderen beiden sich nicht melden, dann haben sie die auch bekommen! Ja, aber die Frage ist, ob die geschossen haben sie! Das stimmt! Also, ich hab safe den... ähm... Chemo im Auto gesehen! Aber Goofy würde nicht operiert werden, wenn... Die er nicht geschossen hätte! Ja, der wurde angeschossen, hat Jamar mir gesucht! Ja! Äh... Jamar, gibst du mir dein... äh... das Tor? Jo! Da! Okay, sowieso! Ich bin hier! Oh! Ich hab dich gesucht dahinter! Hoffe ich hab genug Platz, wie fahrst du denn? Schau, wie machst du denn? Ja, gib mir nur 50! Den Rest musst du gucken, dass du den irgendwo vielleicht verstaut kriegst! Boah, diese scheiße Regen! Das ist die D-Law-Nummer! Hier geht doch noch was rein, oder? Wir kloppen hier in die Tür! Hab ich reingelegt! Okay, da geht immer noch 50 rein! Wir kloppen hier in den Türen rum! Auto! Was? Ich mein' ich hab' Autobewerb! Okay, wir können los! Wir sind fertig! Wir sind fertig! Yo, wir sind fertig! Rein! Ja, ja, steck rein! Komm, von drüben nicht rein! Kann's! Ja! Vielen Dank. 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 Der Fuchs soll nicht so eine Scheiße machen, Jammer. Der soll, wenn da die Beweislage klar ist, man, soll der auch ein paar, da kann ich immer alles bei mir auch auf unschuldig plädoyeren. Das geht nicht, Alter. Was ist das für eine Scheiße, okay? Das ist für eine Scheiße, Junge. Oh, ne. Oh, ne, Carlos Musik, ey. doch immer gilt ich mal so ha 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 gib mir was tokenes dann kommen sie wohl wieder ja ey den wollte ich auch anziehen was wolltest du anziehen dass der Kürtis anhand hat was dass der Kürtis anhand dass der Kürtis anhand Vielen Dank. 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 Ja, ich habe verstanden. Ich stand erst vorhin an dem Berg und dann sagte Kurt zum Telefon, ja, wir sind jetzt im Moment fertig, kommen zurück, dann bin ich zurückgekommen, stand da in den Auto und dann kamen die Gefahren. Ich hätte eine Minute länger stehen bleiben sollen. Dann hätte ich die frühzeitig gesehen. Ja, der Fox will beschlimmt. Ja, der ruft gleich an und macht dann 20.000. Ja. 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 Der eine kriegt lebenslänglich, der andere 6.000 Monate. Ja. Ja. Es sei denn, ihr verbreitet ihr 35.000, dann mach ich das klar. Ja. 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 Ja, das war wirklich shit happens, Alter. War JFK eigentlich gar nicht dabei? Was ist los? War JFK eigentlich gar nicht dabei? Nee. Okay. Du bist doch pur schlafen. Achso. Auf jeden, okay. Jo. Nimmst du mich bei dir im Auto mit, Mann? Was, fährst du nicht hinter mir? Ja, ja, deswegen ja. Keine Lust zu fahren, Mann. Ah, ja, dann park hier schnell ein. Alles klar. Ich bin froh, wenn ich mal nicht fahren muss, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass da direkt Cops kommen. Doch, Mann. Habe ich voll mit gerechnet. Vor allem, weil wir so viele sind. Jo, wir sind hinter euch. Ich hab... Der Craig hat nur schnell ein Auto eingeparkt. Ah, okay. Alles klar. Tschau. Bis gleich. Ja, und das Schlimme daran war ja, Alter, dass die da wie die Villen hinterher gefahren sind. Ja, ja. Entweder hätten wir die direkt am Feld abgeknallt, Alter. Skrupellos, oder... Weiß nicht. Ja, direkt wo wir vom Feld runter waren. Rechts abbiegen, weg. Zusehen, dass wir wegkommen von dem Bullen waren. Boah, was ein Drift, Alter. Holy shit. Ja, ich dachte erst, die kriegen mich auch noch, Alter, aber... Haben dann von mir abgelassen. Ja, der Vorteil ist ja, dass unsere Karren die schnelleren sind, ne? Ja, aber die haben mir direkt einen Reifen zerschossen, Alter. Okay. Ja, es ging trotzdem noch. Ja, mit dem... Kannst dich aber auch nicht anschneiden, oder? Nee, nee. Mit dem Bulli auf dem Highway, da schaffst du schon so deine... 160 oder so, ne? Nee, 160 schaffst du nur bergab. Ah, 150 auf jeden. Ja, 150 kommst du gut ran. War ja so geil, Alter, wo die Cunningham... Dann hat die mich angehalten, war ich auf dem Weg zum... Feld gewesen und bin über den Highway gefahren. Oder ich war auf dem Rückweg, ich weiß es nicht mehr. Da wollte sie mir weismachen, genau, ich war auf dem Hinweg, dass sie mir hinterher gefahren sind mit 185 und deren Karre Probleme hatte, mich einzuholen. Ah, ja. Und deswegen sind sie der Meinung, dass ich zu schnell bin. Ah, ja. Habe ich so ausgelacht, meine ich, wissen Sie, meine Karre fährt 150, wenn ich bergab fahre, fährt die 160, 161. Meinst du, ja, sehen Sie, Sie sind ja bergab gefahren. Meinst du, ja, meine Karre fährt dann 160. Nicht schneller. Meinst du, ja, da muss ich mich mal mit meinem Kollegen beraten. Sind Sie nach hinten gegangen, kommt sie wieder, meinst du, ja, wir nehmen das jetzt erstmal so auf und, äh, wenn das gelogen war, dann kommt noch Falschaussage hinzu und meinte ich, ja, machen Sie das und einen schönen Tag. Also, sie ja prüfen, wie will sie da eine Falschaussage prüfen, wenn du sagst, du bist 160 gefahren, will sie da irgendwie Tempomat auspacken oder was? Ne, wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, dass 160 das höchste ist, Mann. Achso. Aber in der Innenstadt schaffst du mit dem Bulli, also ich zumindest, 180, ne, mit Bodenwellen? Also 170, 175 schaffe ich auch auf dem Rückweg zum, äh, zum Händler. Ja, da schaffe ich so 179 mit gut, gut Druck unter dem Reifen mal 180. Ja, aber dazu hätte ich ja da erstmal Bodenwellen haben müssen, aber ohne die kannst du das knicken. Vor allem, wenn sie selber so schnell war, wie will sie, dann kann sie gar nicht die Geschwindigkeit vernünftig abschätzen, weißt du? Ja, sie haben halt Probleme gehabt, mich mit 185 einzuholen, deswegen sind sie der Meinung, dass ich zu schnell war. Ist sie Cunningham gefahren? Äh, kann ich dir nicht sagen, müsste ich jetzt lügen, ich glaube aber, sie war Beifahrerin. Okay, weil wenn die gefahren wäre, dann weiß ich nicht, könnte ich mir das irgendwie erklären. Sauer am Steuern, so weißt du? Ja, müsste ich jetzt lügen, Mann. Aber genauso heute, Alter, hält die mich wieder an. Komme ich beim Dingsverarbeiter an und eine Minute oder zwei Minuten kommt die später mit ihrem Kollegen an und meint, ja, wissen sie warum ich sie anhalte? Meine ich so nirg, keine Ahnung, Mann. Wenn sie, naja, sie sind doch gerade hier mit dem Auto angek- meine ich zu ihr, ja, bin ich? Meint sie, naja, da haben sie gerade vorne an der Kreuzung Stoppschild überfahren, meine ich. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wo ich gerade lang gefahren bin, ich bin einfach so durch die Genke düst und dann hierher. Wenn sie jetzt sagen, sie haben mich da gesehen und ich bin das gewesen, dann wird das wohl so stimmen. Und dann meinte Luna direkt, naja, hier ist ja auch noch ein anderer vorbeigefahren. Kann ja auch der gewesen sein. Und sie war sich halt nicht sicher, konnte sie nicht wirklich was machen, Mann. Jetzt kannst du gar keine mit Zit tragen, keinen Hut. Ich glaube, ich bin im letzten den Dings da. Ich glaube, ich bin im letzten Dings da. Fertig? Ja. Wieso habe ich denn jetzt so scheiß Kopfhörer auf, Mann? Ja. Willst du halt die Standard-Los-Santos-Cab, yo? Ich habe Bock nochmal zu suchen. Ja. Ich bin im letzten Dings da. Ich bin im letzten Dings da. Ich bin im letzten Dings da. Ich nerven mich alle, die doofen Weiber. Wo fahren wir hin? Ja, hab ich schon überlegt, glaube ich. Entweder wir gehen zum Kreisel, oder wir müssen uns unterfolgen. Okay. Bis gleich. Nee, momentan leider noch immer alles neu kaufen. Gehen wir jetzt hin? Ja, zu uns in der Straße im Kreis. Hat's endlich aufgehört zu regnen? Danke. Kotz richtig ab, Mann. Das hat nicht mehr regnet. Ich hab mir extra die scheiß Regenjagre. Glaub mir, es wird heute wahrscheinlich nochmal anfangen zu regnen, Mann. Okay. 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 Ich will noch schnell essen und trinken eben. Nein, 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 nein. Scheiße mann, die Brille habe ich eigentlich gar nicht, die verarschen einen da doch mann. Ich habe mir eine ganz andere Brille ausgesucht und der legt mir die da rein ey. Hä? 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 Der Quake hat so ein Wustmützer mit Fell auf den Kopf, aber das war nur die Kapuze. Eieieiei, siehst du kacke aus, ja. Wer? Hier kein Schönheitswettbewerb, Mann. Alter, denkst du ich finde beim Discounter irgendwas vernünftiges, Edel? Ja, wir müssen echt wieder zu dem Ding da nuff. Mhm. Mh? Sie schmiert. Oh, sorry. Ich habe irgendeine Scheiße angezogen. Das Ding ist, Mann, ich habe mir eine ganz andere Brille ausgesucht, mach den Karton auf, Mann, auf einmal ist die da drin. Voll die Scheiße, ey. Ist mir auch egal, Alter. Komm raus, ich kann wenigstens sagen, gerade aus dem Kino, Mann. Ich habe mir einen 3D-Film reingezogen, jo. Wie war der Film? Wie war Tinkabey? Ziemlich Scheiße war der, Mann, muss ich sagen. Yo, Yandrox, vielen, vielen Dank für deinen Sub, Rudi. Gönn dir den schönen Double Cup, Mann. Peace. Um, wo ist der Kurtis? Ah, da hinten. Ah, das ist eine gute Idee, Mann. Ah, das ist eine gute Idee, Mann. Mal so ruckelig. Mal so ruckelig. Das sind mir die Richtigen hier, ne? Weins haben und dann erst Hallo schreiben. Halunken. Sie müssen sich halt was gutes Eifall erlassen, weißt du, wie ich meine? Die können nur beweisen, dass du dealst, wenn du einen Zwiebelkopf oder so verkaufst. Bist du irre? Oder ein Futschen dabei ist oder ein Wagen. Nein, 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 nein. Pass auf. Als ich angeklagt wurde, Mann, durch die Menge, die ich dabei hatte, wollten die mir direkt Handel anhängen. Ja, aber das müssen die beweisen können. Kannst du sagen, dass der der Schwager von Snoop Doggy Doggy ist? Der kiffelt sich dann auch am Tag weg, Mann. Ja, Mann. Aber für Besitz gab es doch auch schon 200, oder? Edel, was hast du gekriegt? Bei dir war es Handel, oder? Ich habe für Handel und für Besitz 280 gekriegt. Tage. Und ich habe für den Besitz von 13 Tüten und 20... Aber Schotty und Schemmo hat dir nichts dabei. Ja, aber da kommt ja noch einiges zu, Alter. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die auch noch auf die Kopper geschossen und so, weißt du? Das kommt ja auch alles noch drauf, Mann. Das müsst ihr auch bedenken. Also gut viel auf jeden Fall, sonst werdet ihr ja nicht angeschossen. Und bei Jemmo müsst ihr so sehen? Der war schon zweimal. Den sehen wir nicht mehr wieder, erst mal. Der muss ich auch keine Mindest drauf, Alter. Alles so, was sie können. Schießen. Was brauchen. Was verkaufen. Zu schnell fahren. Zu schnell fahren. Beamte anspucken. 50 Stoppschilder werden der Pfad. Betriebe und Steuer. Der ist ja Marsch, Alter. Scheiße. Ja, alles so was. Ich weiß ja auch nicht, ob es noch einen Kop erwischt hat, weißt du? Das ist ja dann wieder richtig gefährlich. Ja. Wenn es noch einen Kop erwischt hat, Alter, dann... Dann hatten die nicht genug Luft in den Weifen. Hab ich auch gesehen. Klingt, Alter. Wenn die wirklich noch einen Kop erlegt haben... Erlegt wie ein Rothirsch, ein Wildhirsch, so. Der wurde erlegt. Oh, Wildhirsch, Alter, Wildhirsch. Naja, bei der Jagd sagt man erlegt, oder? Das war ja eine Jagd, was die da gemacht haben, Alter. Und die haben vielleicht einen Bullen erlegt. So ein Rischling mit Nasenring. Ja, ich weiß nicht. Bestimmt auch, Mann. Pappelabapp. Auf jeden Fall sind es, glaube ich, mehr wie 280 Tage. Also wenn die Goofy sein Fahrzeugfilm nimmt, wo die ganzen Gras drin ist, aber eine bestimmte Menge, dann durchhandelt, plus Beschuss auf die Kopse, ne? Versucht der Mord. Der ist der Marsch, Mann. Holy shit, und der war ja schon. Der war ja schon. Schau, die waren nicht hinter mir, die haben nicht auf Kopers geschossen. Die waren ganz weit weg, Mann. Ja, der Schau, die hatte irgendwie... ...einen Unfall gebaut. Hab ich gesehen. Yo, Carlos. Geht, Mann, wo kann ich denn kommen? Ja, Chemo war ja auch schon mit mir im Clash. Bei uns in der Straße im Kreis. What? Fuck. Okay, Mann. Alles klar, bis gleich. Jeho. Scheiße, muss ich mich einfach mal auf den Hosenboden setzen. Ja, Mann. Du musst immer grittieren, dann bewusst du dich. Ich hatte auch erstmal einen Joint, Mann. Wir können nichts machen, Mann. Ich glaube, ich hau mich aufs Ohr, Brüder. Schlaf gut, Mann. Schlaf gut. Schlaf gut, Edel. Peace. Bis nachher auch wieder zu. Jo. Guck mal, wir machen ein Finger- und Fußkreis. Schau mal, willst du dich hinzusetzen? Nein. Warum? Da kommt der Mexikaner. Oh, der kann mir den Lied zeigen. Entschuldigung, ich muss mich ausgerechnet, wie viel Geld wir gemacht haben, so? Ja, 3.300 ungefähr. Ey, Carlos, Mann. Ihr beide bekommt doch schon 1.500. Haha. Kannst du mir mal den Lied zeigen, wo der Gemahdi die Knau in den Kopf gehalten hat? Kannst du mir mal den Lied zeigen, wo der Gemahdi die Knau in den Kopf gehalten hat? Scheiße, Mann. Warte mal. Wem gehört denn die Karre da, Mann? Das ist mein Auto. Muss ich nochmal nach Hause laufen, Alter, die Boombox will man. Ja, das ist mein Auto, du Schwachgub. Okay, Mann. Hast du da noch ein Radio drin? Ja, noch schon. Vielleicht muss ich mal gucken. Gleich nicht mehr. Ich hoffe, ich bin crazy, Mann. Was mag ich jetzt sagen, Pögel? Hol schon mal die Waffe raus. Ja, mach ich auch. Ja, du hast aber vorne in den Auto, nicht hinten. Warum? Nee, jetzt mach ich es nicht an. Ich schieße dir so ins Gesicht, ne, ohne Witz, Mann. Nee, Gemah, tu das mal weg. Du hast schlechte Laune, Mann. Was ist denn los mit dem Mann? Ey, yo, Carlos. Shorty sitzt im Knast, Güphi sitzt im Knast, Gemma sitzt im Knast. Warum? Wir haben gearbeitet. Wir haben gearbeitet. Habt ihr schon mit angestellt, Mann? Wir waren fleißig. Arbeit, Arbeit. Gemeinschaftlich gearbeitet am Marihuanafeld. Erst waren wir Gärtnern, dann waren wir Bullenjagen. Warte mal, Alter. Ja, sorry, was ist das, Mann? Hä? Hä, was? Crazy sind wir. Bist du raus? Was ist mit Goofy? Der ist noch drüben. Fert, Mann, kommt hier runter in den Hut. Bis gleich. Shorty, Gemma sind draußen. Das ist doch witzig, Mann. Ja, perfekt. Ey, die können denen nix anhängen, Mann. Die hatten kein Grass auf die Tasche, nix, hab ich du gesagt, Mann. Das ist irgendwie. Ohne Scheiß, die Koppers sind so dumm, Alter. Erzähl, Mann. Hörtis, ich hab dich versucht anzurufen, wo ihr am Feld wart. Ja, ging nix, Mann. Voll kacke, das Ruf. Ich hab dich schon gesehen, als du angerufen hast. Auf jeden Fall, pass auf, Mann. Ich hab den, Gemma hat denen erzählt, und ich, dass wir ein bisschen rumgefahren sind, weil er in Urlaub wollte. Da waren wir in Berge drin, ein bisschen mit Voodoo. Ging ein bisschen kaputt. Dann wollten wir zur Werkstatt gehen, reparieren. Keine Kohle dabei gehabt zum Reparieren. Dann wollten wir hoch in die Stadt, Mann. Kohle holen. Und auf der Autobahn haben wir die Schießerei gesehen. Und vor Panik, weil wir auf der Autobahn nicht umdrehen wollten, sind wir durchgebrettert und sind später angehalten, weil wir beschossen wurden. Das haben die uns abgekauft, jetzt sind wir draußen, Mann. Vor allen Dingen, alle fünf oder vier Streifenwagen haben einfach mal bei uns angehalten, Mann. Keiner hat euch mehr verfreut, weil wir angehalten haben. Die haben, waren, glaub ich, sieben oder acht Kopperl. Ich hab doch gesagt, der Scheiß-Lolo war nicht hinter mir, Mann. Die haben nicht auf den Kubs geschossen. Aber dann haben wir geschossen. Der war Goofy, Mann, hundertprozentig. Ich krieg jetzt, äh... Ich krieg jetzt meine Kohle wieder, dass ich meine Waffen kaufen kann. Und ich krieg noch Kohle dafür, dass ich beschossen wurde. Die haben auf euch geschossen? Ja, die haben auf uns geschossen, deswegen bin ich dann rechts angefahren. Aber wo sind die so angussive, Mann? Ich weiß nicht. Aber stimmt, bei ihr Schwarz seid, Mann. Das Beste, doch am Fell, am Handfeld bin ich denen ja entgegengefahren, Alter. Aber Goofy ist, Goofy ist rest in peace, ne? Der wurde angeschossen, der hat ein Fahrzeug mit voll bis keiner bis bis oben hin. Und der hat auf die Kopers geschossen, Mann. Und der hat auf die Kopers geschossen, Mann. Und die haben denen disabelt, Mann. Der hat den aus dem Leben geschossen. Der ist komplett weg. Fack, es hat da auch jemanden disabelt. Bist du immer, Mann, der hat auf Kopse geschossen. Ja, aber wenn er noch mehr disabelt hat, so zwei, drei Stück, dann wäre das noch krasser. Der ist komplett weg, erst mal. Lebenslängig. Holy shit, Alter. Das war's, Mann. Habt ihr mit Goofy gesprochen? Nee, ich hab ihn nur kurz gehört, wie er rumgemeckert hat. Dann wurde ich aus der Zelle geholt und oben musste ich dann erzählen. Ich denke mal, dass ich weg von denen bin, dass die meine Story nicht hören. Okay, zwei von Drei sind draußen, aber Goofy, Mann. Und warum sagt, warte mal, Jammer? Ja, dann hat der Fuchs uns angelogen, ne? Wieso? Der dreckige Barster, der hat gesagt, der kann nix für Schuldi und Jammer machen. Dieser dreckige Ruhl. Ja, der kann für die Jungs im Knast nix machen. Digger, ey, wir wären sogar noch eine halbe Stunde eher draußen, aber ich musste medizieren ganz dringend. Und der sagt, den Jammer am Telefon, ich kann nix für Schuldi und Jammer tun. Ja, für die Jungs im Knast kann er halt nix machen, ne? Aha, warum? Gegen dem, leg du gar nix vor. Was sollte der machen, da? Ja, ey, doch. Checkst du nicht, was ich meine? Wir haben nicht mal einen Anwalt geordnet. Ah, du meinst, die haben unsere Story verglichen und das war's dann. Dann durften wir gehen, ne? Wir haben beides gleiche gesagt. Ich hatte aber nicht, der Bastard. Kriegt das Geld eh nicht, der Pisser, Alter. Ich schieß dem scheiß Kuppenkopf in den scheiß Kopf, der Bastard. Kuppenkopf, Kuppenkopf, Kuppenkopf. Ja, Kupferkopf, den Rutsch habe ich gebingen, der. Also, ich geh jetzt noch mal ins PD und hol meine Kohle ab. Ey, yo, Leute. So viele Anwälte haben wir aber nicht, ne? Ich bin jetzt erst mal im Urlaub, Alter. Nach der Aktion muss ich mich erst mal zurückziehen, Alter. Ja, Gott sei Dank kannst du in Urlaub gehen. Zum Flughafen. Ja. Ich versuch's, Mann. Ich kann ihn auch fahren, wenn ihr wollt. Ja, dann baller du den kurz. Wann kommst du wieder? So. Hau drei, Mann. Bis in eine Woche. Ja, ich bin, ich weiß nicht, nächste Woche, Montag, Dienstag bin ich irgendwann wieder da. Du hast ja schon gesagt, ich bin in eine Woche. Ja, grüß dich, Shooter King. Ja, Mann. So, jetzt. Normal. Bis nächste Woche. Ja, Mann. Orange, Mann. Wir kommen noch falsch. Entspannend, schön. Ja. Dieser Dreckig Bastard, geiler Hund, der tut der so als hätte, der den verteidigt. Ich hatte der gar nicht gemacht. Frage ist, verteidigt der jetzt Gryffi oder nicht? Ja, ruf dir mal an, den Pesser. Der kriegt trotzdem keine Kohle. Kriegt er auch nicht. Was will er dann nächste Woche haben? 17.000? Der ruft mich an und sagt so, ja, ich krieg noch 8.000 Dollar von euch. Ich so so, hä? Zu mir hat er auch das eine Mal gesagt, ich soll mal Jamar Bescheid sagen. Die Kohle ist völlig. Die Kohle ist völlig. Die knarren sich in der Wüste. Und dann zeigen wir sie von uns. Wollt 5.000 Dollar haben wir irgendwie. Ja, Jamar, was hast du da am Club gemeint zu mir, Mann? Was meinst du? Was mit Kohle und so, bla, Alter. Ja, Jamar hat gesagt, der Carlos hat genug Kohle, der kann die 8.000 bezahlen. Ruft der mit... Ich bin immer broke, Mann, Digga, Alter. Wie kannst du dir sowas sagen, Mann? Ruft der Fox mich an? Ja, ich kann den Carlos nicht erreichen. Ich so, wieso denn? Ja, ich krieg noch die 8.000 Dollar von denen. Ich so, was? Wie viel Geld will der? 8.000 Dollar? 8.000 Dollar. Wofür denn? Habt ihr gerade gesehen, was wir getan haben für vielleicht 4.000 Dollar? Der will 8.000 von uns? Wofür will er denn 8.000 haben? Ich schieße den im Kopf, Mann. Er sagte so, letzte Woche 5.000, da hat er ja auch viel für uns gearbeitet. Diese Woche musste er ja noch ein bisschen mehr machen, weil ich da ja die Gerichtsverhandlung hatte. Deswegen wären das 8.000. Ich dachte so, ja, alles klar, Mann, kriegst du, ne? Winker, zwinker. Der ist ein fucking Anwalt, das ist ein fucking Job, Mann. Was wäre der für Kohle? 8.000, Alter. Ich glaube, denen sein komische Worte habe auf links, sind die brown. Er fährt ein Dienstfahrzeug und alles, der Pisser, Mann. Ich komme mit Verdünnung, Alter, ist mir scheißegal. Ich muss kurz nachdenken, Mann. Ja. Ich komme mit Verdünnung, ich schwöre, ich schrubbe denen den Rost ab, ist mir scheißegal. Carlos, kannst du mir den Lied jetzt mal zeigen, bitte? War schon so, Mann, Alter. Ich will den doch nur kurz hören. Ja, dann kannst du Krankenwagen rufen. Halt's Maul, Jamal. Nein. Ey, und mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, da hinten. Genau, mach das. Nächstes Mal lässt du mich nicht einfach so in der Nacht am Feld stehen, du Pisser, und haust dann ab, ohne was zu sagen, ne? Ja, sorry, Mann. Julia, was geht denn? Scheiße. Ich muss kurz zu den Kampfen. Lass das dir schmecken. Demba, ich... Ich kann dir auch was geben, Demba, ne? Brauchst du Essen trinken? Ja. Warte. Oh, geil. Lange, Mann. Hupa, gehen wir... Was ist? Wieso, Mann, Digga? Ich dachte, Sticky hat dir Bescheid gesagt, Mann, Digga? Ja... Nee. Okay. Nee, wir sind davon ausgegangen, dass du noch mit Craig rum... Wurschtletzt, Mann. Alter, der Piss hat mich auch ewig warten lassen. Worauf, wann, wie? Gestern am Feld. Ich werde fast verhungert und verdurstet, Alter. Dann hast du den Kaffee konntest du doch nix. Ich hab doch auch genauso wie du am Händler unten gestanden, alleine. Hey, wir sind da hin, und dann ist mir dieser Bastian erst mal durch die Windschutzscheibe geflogen, Mann, Alter. Richtig böse, Mann, Alter. Shit, Mann. Krass. Ja, und dann mussten wir wieder nach unten in die Stadt, Mann, Alter, und dann war ich, und dann waren wir so müde, Mann, so wieder hergegangen. Ja, und dann hast du Pupa nicht mal Nacht gesagt. Ist so, Mann. Shit, hab ich verpeilt. Ich bauch mir an, du Hose. Tut mir leid. Kannst du mich verzeihen, Mann? Ich dachte, die Cops haben dich, und du bist in der Zelle, Alter. Digga, ich muss erst mal Stiggy anrufen. Und fragen, ob er Starship Troopers geguckt hat, Mann. Carlos Carlos und Lenith jetzt mal kurz machen. Ja, jetzt mach kurz an, Mann. Nein, Mann, Jamar ist da, Mann. Ja, wenn Jamar eine Waffe zieht, dann baller ich ihm den Kopf weg. Dann baller ich dir den Kopf weg, so Spass, wie Mann. Mach besser, ey. Was bist du denn so akro, du Pisser? Was ist denn mit dir los? Beleidigen könnt ihr ihr Penner, Mann. Hey, Quizrunde, Mann. Hab dich gar nicht beleidigt, Mann. Hey, hey, Quizrunde und Craig hätte ich Fresse, Mann. Mann, hast du nichts Neues? Nee, Mann, ich muss erst mal gucken, Alter, Digga. Aber für die anderen drei, Mann. Wir sind ja bei vier. Cooper kriegt's hin. Filme raten. Nee, Cooper darf auch nichts sagen. Der kennt die eh mal, Alter. Sag ich halt, Cooper packt. Erster Film, Mann. Der ist morgen gekommen, ich. Ey, du bist nicht dran, Martin. Der darfst Kurtis, das weiß, das ist auch klar. Okay, Mann. Kurtis hat 100 Dollar gewonnen, Mann. Ey, du hast mir die Kohle von gestern nicht gegeben, du Pisser. Welche Kohle, Mann? Ich hab gestern die Filme erraten. Achso, ja, kriegst du noch. So, zweiter Film, Mann. Was muss man denn sagen? Na, den Namen des Films. Den Namen des Films. Bloodrave, Mann. Lass'n Bloodrave machen. Go, 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 go. Toll, ich wollte Raid sein. Und jetzt kommt ein schwieriger, Alter. Das Ding hab ich verkackt, Mann. Den hat sogar Craig nicht geschafft, Mann. Darf ich dann jetzt auch? Nee, du darfst nicht. Oh, ich weiß aber schon. Oh, Schande. Hm. Dirty Dancing. Ich hab gestern auch an Dirty Dancing gedacht. Oh, der Track ist nice, aber... Oh, das ist sehr, sehr schwer. Jetzt singt der so, na, 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 na. Ja, genau, sag ich ja. Die Gang ist prägend gewesen in der Film, Mann. Shit, Mann. Keine Ahnung. Stand by me. Nein, Mann. Cooper, hau raus, Mann. Du kennst den Film, Mann. Was ist? Cooper, du kennst den Film. Hau raus. Ich war's auch raus, Mann. Ich weiß auch nicht. Ja, Mann. Wie heißt der? Trainspotting. Ja, ich wusste, dass da irgendwas mit meinem Glück bekommt. Der Cooper ist Ruhe. Komm, wir gehen. Ich kenn den auch nicht, Mann. Ich hab's doch gesagt, Mann. Da gehst du rum, Mann. Ich guck keinen, der. Das ist... Alter, Schande, Mann. Digan. Alle. Mach weiter. Jetzt mach weiter. Hä? Ja, mehr hat er nicht. Ja, hau. Und er hat seit gestern nichts Neues, der Pisser. Ey, Mann, ich hab keine Zeit gehabt, Mann, Alter. Mein Kissen war so warm. Das ist bestimmt voll der Kackfilmer. Die gucken mal, du oberst. Nein, ich helfe. Der ist wirklich, wirklich gut, der Film, Mann. Was hast du das für ein Film? Drogenfilm, Mann. Drogenfilm, böser Drogenfilm, Mann. Ein ganz böser Drogenfilm. Krassester Drogenfilm, Mann. Äh, nee, bei Heroin. Ich kenne jeden Drog-Film, Mann. Aber kein Scheiß, Alter, Scheiß. Alter Schinkel, Mann. So ein totes Baby, was in der Wohnung liegt, Alter. Weil die Eltern sich zu viel Heroin gedrückt haben und so, Mann. Ah, die haben ja ein Leben verfügelt, Mann. Und Crack Baby, Crack Baby, Crack Baby. Gute Nacht. Komm mir nicht durch, ich gehe jetzt über den Wusch. Hat der heute seine Tage? Ey, was ist denn los, Schömer, Mann, Alter? Der ist Meister jetzt, Mann. Der ist ein bisschen abgehoben, Alter. Ja, lass das Zeug verkaufen, ich will auch Meister werden. Nein, jetzt, du, ich bleib' dir. Na, die Cops sind mit Küffi beschäftigt. Ja, das kenne ich den Lied, das ist... Das habe ich doch gesungen, in meinem Solo. Pildepalm ist das. Pildepalm ist das. Was, ich muss lernen. Jamar, jag ihn, jag ihn. Wegen dem Lied, Mann. Weil Jamar richtig das Kotzen kriegt bei dem Lied. Shit. Oh! Oh! Hilfe, 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 Hilfe! Wer ist denn die Händlige, der da kommt? Sieht aus wie Tyrese, oder? Die Tyrese. Wegen sieht aus wie der Craig. Was geht ab, Mann? Stimmt. Halt deine Schnauze, Tyrese. Alle wollen sein wie Craig. Dann geh ich jetzt wieder mal. Du, Craig, nicht. Craig, hals, Maul. Du Pena. Sonst gibt's bisschen hiervon. Da kommt der KTM-Gang. Kai, der Brecher, oder was? Ja. Ich schulde befallen. Will mal aufhören. Die haben mir den Zähnen ausgeschlagen. Rest in Peace, Yoshi, Alter. Ja, Mann. Der ist ertrunken. Der Alulika. Ich weiß noch, Alter, wie der hinten im Mofa so ein Anhänger drin sitzt mit einer Flasche Body, Alter. So ein Ehrenmann. Hast du den ganzen Album von den Carlos? Nee, Mann, Alter, Digga. Kannst du den nicht reinziehen? Dann kriegst du irgendwas nicht. Haben wir dir jetzt den Fokus angerufen mit dem Pena? Nee, der geht nicht ran. Hilf mir leicht. Bestimmt in der Verhandlung oder so. Also kein nix dafür. Ja, am Ende doch. Hä, ist der Tyrese jetzt echt weggefahren? Wo ist er hin? War der Jeff heute da, Mann? Nee. Aber der wird ja auch besucht. Ja. Der ist untergetaucht. In der Wüste wahrscheinlich wieder. Bei den Wüstenmäusen. Man kann ihm sagt gar nicht tauchen. Deswegen wird er gesucht wegen dem Kräuter-Ding? Äh. Die haben eine Verbindung. Wie haben die denn irgendwas verbunden? Keine Ahnung. Sag mal, kann ich mit deinem Schug? Nee, mit der Aktion von letztes Mal. Was denn für eine Hacking-Aktion? Du gehst immer von einer Aktion. Aber du sagst jetzt nicht was. Wir sind beim Podi vorbeigefahren. Da war da Cunningham in der Nähe vom Unicorn. Und der Engel hat's. Wie ist der Cunningham? Frau Cunningham. Diese Frau da mit den. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das war's. Das war's. Was denn? Aber ihr seid euch sicher, dass das nicht der Schlager war, Mann? Nee. Das war's. Oh Gott, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. An die ist auch eine Cunningham verloren gegangen. Versteh das nicht, muss immer wollen. Auf jeden Fall hat irgendjemand im Auto gesagt, Jo, willst du Crack kaufen? Ja, ich mag das. Und daraufhin hast du wohl den Jeff erkannt. Weil der hinten links saß und sie hat sich hinten links am Fenster gestellt. Hat die Augen hinterher geworfen oder was? Nee, aber die stand links am Fenster. Die sollten den dicken Fuß lutschen in die Pännungen. Nur den Zeh und den ganzen Fuß. Sonst schlag ich die bis sie aus, die wir in den Tub. Habt ihr die nicht eh schon? Habt ihr die nicht angeschossen oder so'n Scheiß, Mann? Aha, ja, haben wir schon. Hä? Du kriegst doch gar nichts mit. Ja, was ist denn los, Alter? Bist du Hörgelmann, Dingern? Das geht ja mal gar nicht, glaube ich. Ja, Mann, bist du schon wieder? Hä? Carlos ist immer hart, ne? Der lässt sich von der Hartmann adoptieren, Mann. Oh, shit, Mann. Gestern war ich auf jeden Fall hart, Mann. Shit, Alter. Wieso? Was ist passiert? Ähm, nix. Hat er dir am Fuß gepackt und du hast nicht Stub gesagt oder was? Why? Nee, nee, Mann. Das ist der Part soll ich deinen anderen Hosen an. Hä? Hast du denn in den Hosen gejetzt, Carlos? Der Sticky hat mich angerufen und hat erzählt, der Carlos hat ganz dicke Schmatzer gestern vorm Schlafengehen verteilt. Ich war hart manchmal, Alter. Wer ist denn Sticky? Wer ist denn Sticky? Mein Bruder, Mann. Und warum ist denn hier? Weil der mit den falschen Personen verkehrt, Mann. Der chillt mit den Napaskindern. Oh, Gott. Den scheiß Bruder ist allein und dreißig. Ja. Der gechillteste von allen, Mann. Der ist trotzdem gechillt, Mann. Du bist auch mit jedem gechillt. Kannst du ja mit dem Kusen gehen, wenn du willst. Ja, ohne Witz, Mann. Kuss mit den Opa, kuss mit den Napaskindern. Was machst du noch nebenbei? Ich laber doch nicht, Mann. Hä? Pust mit der Hartmann. Pust du mit der Fokanihänge auch noch nachts, oder was? Preck die Spanisch mit dir? Hä? Nur habla Espanyol, Diggan. Uuuuh. Verstehst du den App untergeladen, bla bla, Dingsbum, so wie heißt das? Ich weiß nicht. Bla bla bla. Bla bla bla. Da ist die Schordie. Da ist die Schordie. Da ist die Schordie. Du darfst mal gleich das glückliche Zeug verkaufen, ja. Du hast eben nur gesagt, nee, ich soll nicht. Ich hab schon mal gerade gedacht. Ich bin nicht wohl ein Idiot. Aber die sind oben in der Garage in den Autos, ne? Ding drin. Stimmt, wir müssen die ganz im Norden abholen. Gekust hab ich ihn nicht, Mann. Warum das denn nicht? Ja, weil er Pips hat, Mann. Und du hast keinen, oder was? Doch, genau deswegen. Ja, der hat einen Zollty-Vagina. Der hat einen Pui-Pui. Pui-Pui! 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 Der hat einen Pui-Pui! 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 Er legt mich am Arsch, Alter! Netter mal im Gesicht, Mann, Alter! Nicht mal im Gesicht! Pui-Pui! Dann musst du dir mal gleich die Mama anrufen. Ich stehe schon kurz vor, Pupu zählt das nicht. Pui-Pui! Den scheiß Anwalt, was mit Gyfi ist, Mann! Sagt, mach du Hurensohn, sonst komisch. Nicht erreichbar. Alles nicht erreichbar, Alter. Pui-Pui! Das kann sein, dass er gerade in der Gerichtsverhandlung ist. Da muss sein Handy aus. Ich hab den Copaiz noch 100 Dollar mehr abgeguckt, Mann! Der sagt so, ja, das macht 650 Dollar alles zusammen, Schanzersatz. Dann sag ich so, komm, mach 800 Dollar. Mh, komm, mach mal Mitte, 750. Was? Mitte? Okay. Was passiert eigentlich, wenn man seinen Fischerpinn in den Pui-Poi rein tut? Na, was? Wenn man was? Wenn man seine Fischerpinn, Fischdebillen, in den Pui-Poi rein tut. Was ist denn Pui-Poi erstmal, Digga? Pui-Poi ist Kartoffelpümmel. Du baust aber auch manchmal ein bisschen Remoulade dafür, damit das besser wird. Du hast gerade Buh zu Kartoffelpümmel gesagt? Pui-Poi ist Kartoffelpümmel hier, ha? Du magst kein Kartoffelpümmel, Mann? Das ist mir im Kindergarten nochmal schlecht geworden, Mann. Ich mach jetzt Ketschen mit dem Carlos. Da war, glaub ich, ein Staatsanwalt oder sowas war da. Dann hat ein Copa gefragt, was passiert ist. Der Copa hat ihm das alles erzählt. Ja, dass einer zu Boden gegangen ist. Er ist im Krankenhaus aufgewacht und alle Kollegen von der Polizei ohne Schaden weggekommen. Dann sagt der, ich glaub Staatsanwalt, sagt eiskalt, Ja, zum Glück ist den Polizisten nichts passiert. Aber dass einer von uns im Krankenhaus aufgewacht ist, Alter, weiß egal, Mann. Hau dir so einen Satz raus. Hau dir so einen Satz raus. Hau dir so einen Satz raus. Alter, als ob die gewusst hätten, dass da jemand ist. Wir hatten die Kamel und haben nicht mit uns geredet, ne? Nichts, nur. Die sind einfach reingefallen, haben geguckt und sind wieder abgehauen. Haben nicht mal Sirene angemacht, oder? So einen Scheiß, ne? Nix haben die gemacht. Bis der erste Schuss kam, dann haben die Sirenen angemacht. Dann haben die gemerkt, dass wir auf die schießen und dann haben die wieder ausgemacht. Ja, wir lassen uns auch nicht alles gefallen. Kommen wir gegen das dreckliche Zeug verkaufen. Okay. Boi, boi. Nein, warte mal, wir können gar nicht im Nudeln, ne? Warum doch? Klar. M-m. Du kannst die Autos nur bei der Arbeit raus holen. Äh. Fahren die Jungs doch zum Wink. Alter, Jungs, ihr wollt jetzt nicht eure Autos raus holen, Mann. Wenn die euch erwischen... Zeig das Geld, Mann. Ja, Mann. Poi, poi. Tja, dann bleibt uns keine Ahnung, wo wir waren. Vielleicht wurden die schon zur Arbeit geliefert. Genau. Oder? Gut, steig ein. Fahren wir zur Arbeit weg. Okay. Was besser... Au. Sind auch bei... Sind die Türen bei dir geöffnet, Carlos? Ne. Sehr gut. Was denn? Tyrese bestimmt. Warte mal, warte mal. Tyrese? Nee. Doch, eben war Tyrese da. Okay. Wir sind da mit einer Kolonne hochgefahren zum Feld, ne? Wow. Hahaha. Das ist ja alter Hartmann. Was für kranke Irre, Mann. Na, warte mal. Pass auf, sind beim Feld, ne? Komm direkt die Koppers. Okay. Okay. Die haben bestimmt das Gras 30 Kilometer weit gerochen, ne? Mhm. Kommt mir so vor, als würden die da jetzt immer eine Streife abstellen und einfach Lagerfeuer machen. Ja. Okay, Mann. Ist ja nicht cool, Mann. Kam nämlich nicht vom Highway oder so, sondern da von dem Dorf. Und ich glaube, die haben da einfach bisschen Bratwurst gegessen. Ich hab dir da ein Feuer gemacht, Mann, dass du das bis dahin geworfen hast, oder was? Mnöööööööööööööööööööööö Das ja komisch Shit man Kann man das Gras nicht auch bei dem Chef hier verkaufen manche? Machen wir doch jetzt Also Lief. Das ist ein Zehn, nicht? Lass den Krieg nehmen, den Sogar. Ja, ja, ja. Ein Zehn, nicht alle auf einmal. Kannst immer... 110 kannst du in die Hand nehmen, Craig, ne? Was kann ich 110? Kannst du in deine Tasche packen. Okay, bei mir passen nur 100 rein. Ah, okay. Kannst ja schon mal 100 rausholen, Mann. Ja, ich hab auch noch die Taschen ziemlich voll, warte. Ach so, okay. Ne, ne, jetzt warte kurz, jetzt bin ich fast nicht. Jetzt kannst du, wenn du willst. Warte, ich muss noch. So, jetzt kann ich. Na dann, hau rein. Gewinne, gewinne, gewinne. Warte noch kurz. Jetzt kannst du. Ja. Alter, ich geb dir das hier, den Reis. Wir fahren jetzt nach Hause, Mann. Wer ist denn der Typ eigentlich, Mann? Der ist der Typ. Der ist einfach meine Werte, Mann. Der kommt da vorhin mal zu allen Leuten und sagt, Hey, was geht da? Sollst du hier an was gehen? Was? T-Reis? Ja. Der Japanese, oder was? Was für Japanese, Mann? Der schwarze Japanese. Okay. China, China number one. Wer ist denn der Hutträger, Mann? Das ist schon leer. So, die nächsten Autos. Nee, da sind noch 100 drin. War eben leer gewesen. Nee. Der gefällt dich. Ja, ha. Und bald Autos? Ja. Dann pack die mein. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Oh, mein. Beleidigte Leberwurst, oder? Tschüss, tschüss. Hat einer ne Ahnung wie lang, wie viel sitzen ist? 70.365, wie ich die habe. Ah, geht ja noch, Mann. Auf Bewerbung oder ohne? Alter, das sind die Drogen, Mann. Das will ich kennengelernt haben am Anfang so normalgerätet. Ja, Mann. Da war ich ja noch clean, Mann. Wer ist denn das, Mann? Hat jemand Aspirin, Mann? 3.600. 3.600 habt ihr nur verdient? Ja. Na, ein Auto fehlt ja noch. Hä? Was laberst du, Koopa, denn du machst 1.500 mit deinem Tor? Na klar. Warum so wenig denn nur mit zwei großen Autos? Na, in die kleinen Autos kriegst du ja nicht ganz so viel rein. In eure Karren passt fast gar nichts rein, ja. Guck, ein großes Auto, 1.5. Wurdest du befördert? Nein, ne? Ne, noch nicht. Und wie teilen wir uns den Kohle? Mir egal, ich brauch die Kohle nicht, mach das unter euch, Mann. Also ich hab... Wir können ja... Wir können ja auch ne Tour fahren. Ja, ich hab 4.000 Pläne, ja. Mein Anteil gibt Curtis für Bennys, Mann. Ja, würd auch sagen, wir hauen das in die Werkstattkasse, oder? Können wir den machen, wenn wir nicht? Jemand einwende? Nee. Der hat den Goofy, aber den hören wir nicht. Oh, warte mal, ey, da läuft jemand, Mann. Als ob du die Finger schnutzig machst in den Kohlen der Garten. Guck mal, wie du angezogen bist. Du gehst mit so einem Anzug im Kohlen der Garten arbeiten. Naja, ich... Ich werd diesen Anzug nicht auszudern, naja. Dreckigen Drogen, die der Schuh in den Kohle sein. Ich versteh, sie haben einen leichten Dialekt, ich kann den nicht verstehen. Was willst du, Alter? Was hat der gesagt, der Motherfucker? Was hat der gerade gesagt? Der hat gesagt, ich hab's in den Kohlen gelegt, das stimmt gar nicht. Nein, ich habe höchst... Ach, ich hab nur erwähnt, dass sie einen Akzent haben. Ich hab gar keinen Akzent, nur sein. Ja, ich komm aus England, ich habe einen Akzent, da haben sie recht. Und ich hab ne Zahnspanne. Ich, ich, ich komm aus England, ich habe einen Akzent, es tut mir leid. Ich kann nicht jeden verstehen hier in der Stadt. Digga, du gehst nicht so arbeiten, oder was, Mann? Oder zu ner Hochzeit? Nein, ich, ich hatte vor, äh... Wein, äh, nicht Wein, äh... Ich meine, Tee zu verköstigen. Du verköst dich gleich was angeschlossen, zwölf deine eigenen Zähne. Ach, wie soll ich das verstehen? Oh, okay. Ähm... Ja... Verstehen sie, ich, ich, ich... Ich sag einmal, Bambu, da stich den ab und du bist abgeschluchen, Mann. Ja. Ich wurde hier angestellt, weil ich mich im Tee auskennen. Und er meinte, ich könnte vielleicht ihm helfen, die Teesorten zu verbessern. Und ich werde meinen Anzug nicht verlassen. Das ist, äh... Ich trage immer einen Anzug. Schon immer. Und ich bin mit einem Anzug auf die Welt gekommen. Auch beim Schlafen... Als ob du so ein Tee tu bist, Mann, du Lugner. Das ist ein Triptäter. Ich... Ich... Ich sollte mir vorstellen. Ähm... Graf Henry Max von Adlersfels, mein Name. Oh nein, nicht der Graf. Wie heißt du? Irgendwas wird fest gesagt. Henry Max von Adlersfels. Hat nicht ein Graf immer viel Geld, Mann? Hat der gesagt, dass der Adlerfels ist der Motherfuss? Ja, hat er gesagt, Mann. Was sagst du mit dir? Ja. Richtiger Triptäter, Mann. Aber du siehst aus wie ein Anwalt. Warum arbeitest du im Kurtergarten? Ich... Naja, ich... Ich hatte noch nicht so viel gelernt zuvor. Äh... Vor meiner... Ich war hier... Aha, ich hab auch nicht viel gelernt, Mann. Vorhin auch nicht. Hehe. Ja, ich... Wir sind auf... Auf Spenden angewiesen. Naja, wir nehmen sein Geld nicht weg. Hehehe. Ich hätte ihn vor einiger Zeit... Sein Geld ist zu sauber, Mann. Geht Herr Graf von Adlersfels, Mann? Ja, Graf von Adlersfels, Mann. Ja, Graf von Adlersfels, Mann. Ja, wow. Shit, Mann, Digga. Nee. Das ist so eklig, Mann, Kalos. Pfui. Was denn, Alter, Digga? Shit, Mann. Aber du bist nur... Du bist nur den Graf von Adlersfels, wie das heißt. Nun aus bist du im Kontergarten. Nun, ja. Meine Konten sind, äh... Ich sag mal, auf Eis gelegt. Ich habe keinen Zugriff mehr auf mein Geld. Und, äh... Der Herr hier meinte, dass, äh, äh... Mein Interesse in Tee und meine Fachkenntnisse in Tee, äh, tatsächlich nutzen oder brauchen könnte. Bist du Mude? Und wie bitte... Charles, es ist Tee-Time. Oh, Tee-Time? Ich habe ein, äh, Schwarztee mit einem Schuss Milch dabei, wenn sie wollen. Hat der Schwarz gesagt? Hat der Schwarz gesagt? Hat der Schwarz gesagt? Du hast nicht gerade Schwarz gesagt. Du hast nicht... Er hat gesagt. Er hat gesagt, er hat einen Schwarz dabei, hat der gesagt. Du suchst dich aber, Mann. Er hat einen Schwarz dabei, hat der gesagt. Nein, er hat einen Schwarztee. Wo ist dein Auto? Das ist nicht prügelig, oder? Äh, mein Auto... Das ist da hinten, das ist mein Auto. Der hat gesagt, der hat einen schwarzen dabei. Nein, einen schwarzen Tee. Verstehen Sie? Tee, das ist eine T-Sorte. Hallo, Bambimbo, wo bist du? Der hat nur Krümel-Tee da drin, Mann. Da ist kein schwarzer drin, Mann. Nein, nicht. Der soll zeigen wohl den Mund. Das ist eine T-Sorte. Der hat bestimmt noch ein Auto irgendwo. Ich kann Ihnen vielleicht eine T-Sorte geben und Sie können probieren. Nein, wir sind keine T-Sorte, wir sind Menschen. Nein, aber ich habe eine T-Sorte dabei. Schwarz-Tee. Du, wie? Da ist wieder schwarz. Der hält uns für Tee, Mann. Dann werde ich es anders nennen. Ich, äh... Dunkelfarbiger Tee. Sag, pigmentierter Tee. Was? Oh, Mann, wir schauen da immer raus, hier, Alter. Ohne Witz, ne? Ey. Es ist so mit rein. Dürfte ich mal was fragen? An die Anwesenden. Schieß los, Mann. Wie wollen Sie denn... Der Graf redet aber nicht so, Mann. ...angesprochen werden, in dem Fall. Ich muss, äh... Ich muss, äh... Wie bitte? Nigi. Nigi. Äh, nein, das sage ich nicht. Ich musste jemanden 100 Dollar zahlen, weil ich dieses Wort benutzt habe. Du solltest ja auch Nigi sagen, nicht den langen Wort. Ja, ich habe ich, mit I. Die Nigi-Kasse. Da musste ich 100 Dollar. Ich habe gesagt... Oh, ich habe... Ist die Pilz der Dürf! Ich, ähm... Ich, ähm... Ich zieh die Mie eingeweiht raus und lass sie ihn essen. Ja, Mann. Bestialien. Ähm... Was sind wir? Wer ist denn... Was? Das wurde manchmal schlimmer? Nein, das ist ein bestialischer Vorgang, jemanden aufzureißen und ihn aufzuessen. Ey, du isst dich selber auf. Ja, rufen Sie die Polizei. Äh... Vielen Dank. Ne, ich ruf den Kuppers nicht an, jetzt, wo du das willst. Ich kann die Polizei anrufen, wenn sie will. Und warum? Weil sie sie anrufen will. Okay, ähm... Können wir das nicht anders wählen? Mit dem komischen... Ich weiß nicht. Mit der Gürte? Mit der was? Äh... Entschuldigung. Er meint mit dem Iglo. Wow, er meint du stinkst, Alter. Er meint du stinkst. Jetzt rast sich komplett aus, ne? Tut mir leid, dadurch herkommt, macht uns sowas nicht in den Wurf. Ah, mein Otto. Äh, in... Ist... Na, wenn Leute anrufen zu... Pipp mal, wer ist, Mann? Lass uns hier auf die Fernstechercheiben auf die Splittern, das könnte grad so geben. Im... Die Splittern gleich noch in den Arm einrufen. Können wir in der Haut stecken bleiben, den Schuhen. Ja, der Digger nehmt mal die Folster runter. Ja, ich... Ich möchte keinen Stress, wirklich nicht. So, pass auf, Graf und Adlerfelsen, wie du heisst. Adlerfelsen, ja. Motherfucker, ich bring den Teeperf damit. Die sind wer? So, ich stül mich hier zu. Dann setz ich mich hin, und dann muss ich darüber nachdenken, was du mir Graf dann in den Kopf geworfen hast. Ja, was hab ich denn an den Kopf geworfen? Ich habe... ...ingegen ich ein Tee angeboten. Ich habe eine Thermoskanne mit Tee. Adlersfels, ja, wie der... ...erhabene Vogel auf einem Fels. Was regnet ihr da? Ich kann nur den Taubermuh vom Dach scheiße. Ja, sie... ...kenn ja doch Adler, nehm ich mal an. Was für ein Adler, meinst du dem Vogel? Ja, genau. Daher kommt mein, äh, der Name meiner Familie. In deiner Familie ist ein Adler gewesen? Nein, aber unsere Familie hat, äh, damals, äh... War der Adler schneller als dein Papa? ...wesens gewohnt an dem Adler. Sechs mit hier ist illegal, Mann. Gebrütet haben. Wer hat, deine Familie hat Adler ausgebotet? Nein, aber sie haben in der Nähe gewohnt. Weil den Adler nirst? In der Nähe des Adlers nirst, ja. Bist du da ein Kuckuckst? In den Bergeln, du, Nuga? Ja, äh, meine Vorfahren kommen aus, äh, dem alpinen, äh, Gebiet. Ja, ich, äh, würde mich nicht als, äh, Sportler bezeichnen, aber ja, ich habe, äh... ...das ist, äh, das ist nicht freundlich. Äh, Lauch benutzen wir nicht. Ich heiße ja auch nicht freundlich. Du bist doch den Graf-Kokain-Vollen-Adler-Felsen, weiß nicht was. Ich nehme mir keinen Kokain, nein. Und dann gehst du mit so einem schicken... Du? Ich möchte auch keinen Kokain kaufen, nein. Was? Jetzt willst du auch noch Kokain kaufen? Nein, wir wollen dir gar nichts verkaufen. Schande. Willst du einen Tee kaufen? Dann pass auf. Wenn du mit so einem schicken Anzug fährst du im Kultagarten, machst ihn wirklich. Und das glaubst du nur noch keiner. Mit so einer Lumpenkarre, Alter. Sehen Sie, äh, ich, ich werde meinen Anzug nicht für meine Arbeit ausziehen. Ich, der Anzug ist mein Markenzeichen, äh, meine Persönlichkeit. Gehst du damit auch auf Klo? Wenn ich muss, ja. Haha, das ist mein Wortwitz. Verstehst du, wenn du mal musst? Wow, ja. Der war nicht beabsichtigt, aber schön, dass Sie den erkannt haben. Ich hab das nicht verstanden. Du hast den gefällt, wenn ich den an zu Kaka machen gehe. Ja. Da hat er gesagt, wegen dem man muss, dann ja. Weiß, wegen dem, wegen dem Toilettenmus. Dann ja. Dann ja. Wegen dem ja oder wegen dem muss. Ah. Wenn nicht, dann nicht, oder? Haha, ja. Scheiße. Scheiße. Ich hab den nicht verstanden. Ich werd jetzt meine Mama nupfen. Also, du bist der Graf Felsen vom Adlerhöhlen. Der Graf von Adlersfelsen. Adlersfels, du. Fels. Adlersfels. Adlersfels. Adlersfels, ja. Face. 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 Das ist mein Name. Guck mal, die fahren schon wieder weg, keine Sorge. Hehehe. Was fahren das jetzt? Einmal gucken, ob beides in Ordnung ist. Also, das heißt, wenn wir den Mann jetzt überfallen hätten, dann hätte der jetzt ein arges Problem. Hehehe. Ausparken. Ja, Mann. Wenn sie mir erlauben würde, ich... Wir haben es dir doch nie verboten, Mann. Klar. Du kannst nicht verboten, dass du arbeiten gehen sollst. Wie bitte? Ich arbeite? Ja, ich bin mit der Arbeite. Du fuhl den Sportgerät weg. Mein Sportsteiger, ich hab ein paar Base... Das sind wie der Graf von Adlersfelsen. Willen Sie Baseball? Mag er das nicht, oder? Ja. Was ist das nur ein Meinungsverstärker? Nein, Mann, er spielt Tischtennis damit. Adlersfels, Face, spielst du auch Baseball? Face. Nein, ich... ich betreibe keinen wirklich. Du bist so der Golfer, ne? Mit dem Baseballschläger Tischtennis oder dem Tennisbau. Ja, ich golfe tatsächlich sehr gerne. Das hab ich mir gedacht. Warum denn Fistface? Hä? Fels. Adlersfels. Fels, nicht Fistface. Nein, dann geh du arbeiten. Ja, äh... schönen Abend wünsch ich Ihnen noch. Ja, dir auch, Mann. Ja, äh... Netzi Känsel, ja. Viel Spaß bei der Arbeit. Man sieht sich... Lass sich nicht anquatschen, Grassheim vom Adlerfelsenfest. Ah, super. Du vergisst bloß nicht das Licht anzumachen, Mann. Die Cops stehen da vorne. Äh, ja. Natürlich. Vielen Dank. Ja, ich führ. Hier. Ey, Jamal, schlag mal auf den Bottich. Da kommt so schwarze Suppe raus, Alter. Hier. Da kommt nix schwarzes raus. Ja, ich glaub nur, wenn man draufschießt. Aber das machen wir lieber nicht, Alter. Das ist kein Mund scheiß, nur klein weins. Da kann man uns schwarzen. Es ist feiner, Hussisch geschlau. Es ist schlaufen, die Heimber. Die Heimber Morge. Ok, tschüss. Woh. Tschüss, ihr Pisser. Juhuß. Ja, Mann. Verlauf dich nicht. Ich lach, Diggern. Hä? Diggern. Digamann. Verfick dich nicht, Quake. Passt schon. Was? Passt schon. Ja, was können wir machen jetzt? Achso, ich muss durch die Manga-Automate. Den Gegnern sagen. Was? Wenn du Pisser wegfasst, dann kann ich auch ordentlich ausparken, mann, Alter. Wir fahren auch beim Dings mit, komm. Ich brauche nicht so viele Autos. Ja, was für ein Dings, mann? Beim Curtis. Werd grad weg, mann. Nein, bleib stehen! Wo kommen die denn jetzt her? Ah, was, was, was? Was? Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, mach halt mein Auto kaputt, mann! Ich kann sogar mit deinem Auto fahren? Was war das? Weg! Ja, weil's an ist! Kaputt! Du musst dich laufen! Ich hab mich überfordert. Auf, was soll es nicht auf, wie du lost sweating? Ja? Ja? Hi, naja! Nein, ich bin nicht Ich bin nicht Was für ein Digis? Hey, guck mal zurück zur Bank. Ich bin hier noch... Ja, weil ich hier zu Fuß bin. Keiner von euch Pissern hat mich mitgenommen. Wow. Kopfschmerzen, really? 4 Promille, was geht ab? 4 Promille, was geht ab? 5 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 Promille, was geht ab? 6 Promille, was geht ab? 7 Promille, was geht ab? Alter, so wieder reingekommen. Easy, easy. Naja, es gibt ja noch andere Server, ne, wo du keine Bewerbung schreiben musst und so. Nur da kannst du da halt nicht erwarten, dass du gutes Roleplay bekommst, weil da auch viele Trolle und so dabei sind, ne. Du kannst mich hören, ja, ne? Ja, das war ich gewesen. Ey, hat jemand von euch trinken bei? Wer hat mir als Hilfgastchen gegeben? Ja, das war ich. Ich wollte nur probieren, ob es geht. Ich wollte schon, ich habe schon gedacht. Ich kann dir gleich trinken geben, Craig. Du kannst dem auch noch trinken, dir mal. Äh, okay. Ich vermute, man das landet aber bei Curtis. Nee, ich gucke, weil ich das jetzt rüber zu dir eigentlich, Craig, ich gucke mal. Ja, bekomm mal. Danke. Wiedersehen. Hast du eigentlich einen Waffenschein, Curtis? Natürlich. Und dann packst du die Kohle aufs Konto? Natürlich. Lass paar Waffen verkaufen gehen, yo. Scheiße, wo war der Schuppelnummer? Linke Seite. Wo wolltest du denn jetzt hin? Ja, zu diesem Gentleman, Ida Breesmo. Ach so, hier links gehen wir. Geht hier was heute, oder was? Keine Ahnung. Rot aus. Aber man kann nicht chillen, bisschen. Den alten Pisser habe ich vorhin fast überfahren. Wer hat denn da den Erbebuch? Äh, Alter. Guck mal auf den Boden. Machen die mal mal sauber hier, Alter. Ekel auf vor der Wand zu laden hier. Iiii. Stink vor ihm, der Polpoi. Ja, mal raus da. Ich will safe sein. Was? Weißt du, der Inkel hat den Larden. aber ich mag das nicht hier hinten gibt es noch Räume guck mal ein Zigarettenautomat gibt er auch Zigaretten raus das sind doch Kondome drin man wer hat hier geklatscht oh da hinten redet irgendeiner ich höre den auch den Typen halt zum Maul da hinten man viel zu nebelig hier drin jo was gibt es hier so Beef war ja klar dass ihr alles aus dem Puch kommt mal dein Bein aus meinem Gesicht nehmen man ich habe es gar nicht gemeint ja bitte naja beim ersten mal brauchst du wenn du ganz alleine fährst brauchst du 50 bis 55 Touren und wie brauchst du mit eurem Fahrzeugen wenn ihr mir hilft ja dann geht das Radfahrzeug haben Charlie gestern an einem Tag befördert ich glaube das war an einem Tag was heißt denn an einem Tag 24 Stunden du hast ne paar Stunden umso mehr Autos du hast umso schneller geht es natürlich ja bei allen Autos passen ja genau so viel ein wie in vier kleinen oder so ne ne zweimal so viel also doppelt so viel also haben wir vier Autos wenn ihr beide mit mir fällt ja und dann muss man zehn Runden fahren ne theoretisch müssten wir drei müssten dann zehnmal fahren ja ja aber wir könnten dann noch und ich bin schon mal gefahren wir könnten noch ein paar anrufen die bestimmt auch mitfahren würden also dann wären wir irgendwie so sechs Leute oder so die das machen würden aber ich würde schon gerne ein bisschen bevor bin ich es kommt nur ein bisschen Kohle schäffeln mal also ich fahre meistens immer so mit weiß ich nicht drei bis sechs Leuten mir hilft hab die Bock immer den anzurufen hab die Bock haben sind alle nicht da die wollten sich melden probier's mal Carlos hast du schon jetzt gekündigt oder nicht? dann bist du doch jetzt auch demnächst irgendwann Geselle oder? beförderter blöde Eigenarbeit man, ich hab keinen Bock mehr Alter du bist auch noch ein Empfänger Carlos? ja man, aber schon 950 Kilometer ja dann wer halt, Alter dann ist das bei dir nicht mehr viel wenn Craig und ich dir zwei tun helfen dann lass doch den Carlos eben helfen und dann fällt der Carlos mit was? was? wie lange brauchen Bennys, Mann Digga, weißt du das? ja das baubeln ein bisschen ja, aber dann lass uns das doch ganz anders machen dann lass doch Carlos helfen und dann helft die mir lass mich doch erstmal meine Beförderung machen ich krieg doch dann größeres Auto, Mann ja, wir weißt, wie lange das noch dauert, Mann das dürfte nicht mehr lange dauern ja, aber ich würd dir dann empfehlen anstatt das dreckliche Marihuana den anderen zu machen, oder? aber ergibt das nicht mehr Sinn, wenn du zwei Leute pusht die Lehrling sind, also die kleinen Autos haben auf Geselle und dann genau, und dann dir helfen auf Meister zu kommen mit den Transportern das ergibt mehr Sinn, als wenn sie dich jetzt pushen und Lehrling sind, das bringt gar nichts ja, das Ding ist aber, wann sind Curtis und Carlos da? und arbeiten ja, Carlos gar nicht warum, wir könnten doch jetzt kurz den Carlos helfen? nee, brauchte nicht, Mann ich denk mal, das dauert zwei, was? nee, das brauchte nicht, Mann, weil das ist nicht mehr viel es sind zwei, drei Touren noch, oder so ja, du kapierst nicht, was ich meine, ne? das ist eine Tour, wenn wir alle fahren mit dir eine Nummer ja, ja, ich weiß, ich weiß ja, dann bist du dann hast du den großen Wagen, dann könnt ihr mir kurz helfen dann fahren wir fünf, sechs Touren, dann bin ich auch ja, okay das meinte ich mir fehlen bei Holz und dann können wir alle zusammen das Dreckliche Marihuana machen und können Quake helfen mir fehlt bei Holz auch noch so zehn Touren oder so maximal dann habe ich ja eine Förderung ja, da kann Jamal dir helfen und der andere will Tup da Tup ist nicht da weil die haben echt fehlte Autos, Mann das passt in dein Meisterauto rein, Jamal? da passen momentan an Holz boah, ich glaube 23, 24 so ja, und das dann mal 50, ne? ja, ja also kannst du 23 mal 50 Dings abgeben ja ansonsten kannst du immer nur so 4 oder 5 abgeben das ist so, als willst du sieben Runden auf einmal vorn, wenn Jamal mit dir fällt Jamal hast du Bock, Alter? also ich hab voll Bock, Mann helfen wir kurz Carlos und so treffen wir uns wieder dann ein, zwei Stunden hier wir haben eh nichts zu tun, dann ja, das können wir machen ja, das können wir machen bei Steve haben upsala boah, wenn Steve das wäre mega, Alter wenn Steve noch mitmachen würde ja, dann bist du in Drive ohne bist du fertig, Mann Sugar, Diamond, Craig ich hab ich den gerade angerufen gehabt, man Steve? hast du, machst du eigentlich das kann ja jemand Sugar fragen, wenn er Lust hat der noch mitmachen will ich kenn die ganzen Gruppen nicht ich hab Sugar schon gerade angerufen lass mal gucken, lass wir alles mobilisieren ja, ich denke mal Craig seine Leute, die wollten noch kommen ne, ich hab nur eine jetzt, nur Luna hätte Zeit Dennis scheint gerade Kopfschmerzen zu haben Charlie, die wollte sowieso hängen Liz auch ja gut, aber wenn Luna noch mitfährt, perfekt ja, warte mal ich kann er noch hin ja, ich hab zwar Leute für dich klargemacht ja, und Jamal, du hältst den auch, ne? dann lass nur die scheiß Arrows arbeiten bevor man es kommt und so du meinst, wir machen jetzt Tage Arbeit, 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 Arbeit ja, Kohle für den Laden, Alter und auf jeden Fall noch schicke Firmenwagen verkürzt, Mann du willst mehrere Wagen kaufen? nein, das passt schon, Mann das kriegen wir schon hin ich hab selbst fast 20.000, Mann das kriegen wir immer hin und ich kriege Kredit, ne? da kann ich ja Geld von mitnehmen, Mann Bist du staatlich? Hallo? Jamal hat auch noch Kohle Craig und ich haben 80.000 zusammen also daran soll es nicht scheitern, Mann also Geld sollte nicht das Problem sein, Mann aber trotzdem, man kann nie genug Geld haben genau, das plabbel ich schon seit Anfang an Jo, was geht klar, Mann das ist die beste Möglichkeit dazu auch bei dir, ja wir müssen, wir müssen jetzt Carlos helfen dass der auch den großen Wagen kriegt dann haben wir drei große Wagen und wenn wir dann für mich fabeln fahren wir fünfmal oder so dann hab ich auch den großen Wagen das gleich, Mann also Luna hab ich auf jeden Fall schon mal klar gemacht die kommt die anderen sind alle nicht da er sagt Luna, auch den großen Auto? ja also haben wir drei große Autos und ein kleines Auto und nur ein kleines Auto ja, wir fahren jetzt einmal mit Carlos dann wird der befördert sein ja, aber Carlos hat ja nur den kleinen Wagen, ne? ja, wenn der aber fertig ist, hat er den großen nein, den großen und dann fahren wir für mich zwei, drei Runen ja ja den Tee-Bow, also den ganz normalen Krumel-Tee Krumel-Tee Krumel-Tee, ja und ich schluch wohl noch die Luna, die Luna will nicht auch noch etwas fahren, oder? ja, ja, das hab ich dir schon gesagt kann sie dann machen ist schon ja, gut fahren wir, oder? ja, mach ich was mit Tyrese, Mann? Tyrese, Mann? Tyrese, Mann? also wir fahren einmal für Carlos dann muss der fertig sein, ne? wenn du willst, kannst du losfahren wir fahren jetzt auch los zum Händler Autos rausparken bei 950 Kilometern müsste Carlos wenn wir jetzt die Tour fahren eigentlich befördert wir sind jetzt leider voll, Mann ist kein Platz im Auto alles klar, bis gleich, ciao, ciao boah, der scheiß Partnerpark wieder, ne? und wenn wir dann alle sind, können wir ja gucken, ob wir Crack noch mit dem Drecking Marihuana heute in der Nacht, wisst ihr? wie viel bist du denn gefahren? ich? ja, mit deinem, weißt du das? so vier, fünf Minuten schon aber wenn aber wenn wir alle mitmachen mit den großen Autos ist das so, als wirklich, äh fünfmal Fahrer mit einem Fahrer wie viel, wie viel große Autos haben wir denn jetzt? wir haben Mainz, Coopers, Lunas, äh Carlos, wollen wir pushen, dass er eins hat, ne? dann haben wir vier große Autos und ein kleines das ist dann jedes Mal, wenn wir fahren, wie neun Touren theoretisch müssten wir fünfmal fahren ungefähr fünf bis sechsmal, dann bist du fertig ja siehst du, dann haben wir vier große Autos schon was machen die anderen, gehen die jetzt auch arbeiten? ja, die gehen den Hohls machen mit, äh mit Wissen und Krönig ja, sonst hätten sie mitfahren können dann hätten wir denen die Taschen vollgestopft hätten wir noch mehr bei gehabt ne, hey, die gehen mit zwei ganz, ganz große Autos jetzt Hohls machen also werken wir auf diese Luna, ne? theoretisch können wir auch vorfahren und dann, wenn sie ankommt, ihre Karre mitbeladen ja ja geh schnell essen, trinken holen alles klar ja, mach mal dein Licht an, sonst ficken die Cops sich richtig ja jo ihr seid schon unterwegs, oder? wir fahren grad los, ja alles klar dann bis gleich auf dem Feld jo, bis gleich ja arbeit 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 jetzt geht's los hier mit dem gegenseitig befördern so muss es aber eigentlich auch laufen, man ja jetzt geht's j j j j j j j j Vielen Dank. 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 Ja, du musst eine andere Strecke fahren, man. Da sind nicht so viele Stopp-Schilder und da kannst du Vollgas geben überall. Das ist nicht so viele Stopp-Schilder und da kann man machen, ja, weil der Weg nicht weit ist zum Verarbeiten ist zum Verarbeiten hier hinten. Was ist das? Das ist das? Das zweite habe ich dann gehört. Deshalb hast du so einen Big Book jemand, weil du den ganzen Tag am Arbeiten musst. Das ist richtig hoch. Sollen wir jetzt mit den kleinen Autos stopfen? Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Nimm 18 Stück mit und dann ist gut. 15 im Auto, 15 im Auto. 15 im Auto, 3 in der Tasche. War doch richtig? 3 in der Tasche? Nee, 11 in der Tasche. Ach, 23 insgesamt. 15 im Auto, 8 in der Tasche. Das war's mir immer zu lästig, sich mit 2 hin und her zu tauschen. Oh, da kommt erstmal ein Host vom Commander, Alter. Holy Shit. Frieden grüßt dich und natürlich auch alle, die zugucken, Mann. Ja, ist auch okay. Also, geht ab euch. Ja. Stimmt. Kannst du immer hin. War der Commander dabei, als wir so einen kleinen Konflikt heute mit der Polizei hatten? Ja, ein bisschen früh für Mittagspause, ha? Gerade mal angefangen. Ich bin froh, wie das der mal nicht hier ist, der würde wieder putzen. Klingt doch so schon nach Dünger hier. Ja, Dünger kann man das auch nennen. Der arme Giffy, Mann. Der arme Giffy. Giffy. Der wird da so lange drin sein. Fuck. Und Dennis, keine Zeit oder nicht mehr da? Nee, der hat grad was anderes zu tun. Wie, aber wenn Don T-Bag seine Arbeit hat, ruft, müssen die doch eigentlich kommen, Craig? Wie hast denn die erzogen? Ja, aber das sind nicht die Uhrzeiten, Mann. Die fangen normalerweise nachts um 12 Uhr wieder an. Oder um 1 Uhr. Ich würd schon sagen, das ist der Carlos, Mann. Hallo? Ist voll weiß, Mann. Ja, du warst den letzten Mal, warst den Pumstrupel, Mann, bei den Opa da? Nein, war ich gar nicht, Mann. Du? Nee, hey. Wer bist du, Mann? Der ich? Ja. Ja, Linke, du. Linke, Mann? Jo. Okay, Mann. Bist du doch ein Linker? Den siehst du nie wieder. Nee. Nee, Mann, der bitte. Ich hab leider noch keine Information, was das Ding Giffy angeht. Der Fox, der Pisser geht nicht aufs Telefon. Ja, da ist er schon ein bisschen breiter, ist der noch unten ein bisschen enger, siehst du das? Ich hab ein paar Mal versucht, den anzudrucken. Nee, ich gucke ihn nicht hin. Hast du doch, du hast doch hingeguckt. Nee, ich hab dir auf den Pursen geguckt. Craig, wie viel beim Krümelteam mitnehmen, bei den Großen? Äh, 40 rein und 5 auf Hand oder so? Ja. Okay. Oder 35 rein und 10 auf Hand. Also wie beim T-Bud. Ja. So, ich hab jetzt 11 Stück, bitte. Soll ich den großen Auto packen? Ja, such dir irgendein Auto und pack's rein. Jo, was geht? Du sollst nicht telefonieren, sonst arbeiten. Wir sind. Wo sind JC und Sugar, die könnten auch helfen, die Pisse. Hm, keine Ahnung. Ray wollte eigentlich sich melden, hat er bis jetzt noch nicht, also hat er wohl noch zu tun. Ja, ich konnte ihn irgendwie eben nicht erreichen. Und der macht immer sein Telefon aus, wenn er irgendwelche... Eieieieieiei, business, business, oder? Ciao, ciao. Ja, haut rein, Jungs, ne? Pisse, Mann. Hast du keine Arbeitergruppe? Haha. Haha. Du hast kein Feuer, ne? Blumgüller. Beste Weißbrot in ganzer Santa. Scheiße, Mann, Carlos, hättest du dir als Mexikaner vorgestellt, dass du irgendwann mal in diesem Land Geselle wirst, Alter? Hä? Alter, ich... Alter, leg mich so, Mann. Hahaha. Shit, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, können wir nach Hause? Das ging ja schnell. Ich bin nicht so der Arbeiter, ich bin eher so der Arno Duvel. Mhm. Was ist das für mich, Carlos? Ich hoffe, dass wir ihn nur einmal fallen müssen für den Carlos. Jetzt schon Pause, Carlos. Ich krieg schon voll Bauchschmerzen. Nee, Alter, hör auf. War gestern so ekelhaft, Mann, wo du da wieder scheißen warst, ey. Mach lieber die großen Bullis voll, anstatt da zu fressen und zu furzen. Weinst du eigentlich beim Scheißen, Carlos? Weil so hat sich das gestern angehört, Mann. Was? So, so, Carlos, so, so. Alter, ich muss dir doch nicht erklären, was ich da auf Toilette mache, Mann. Alter, ich hatte... Das musst du auch nicht erklären, Mann. Aber du musst wenigstens erklären, warum sich das so anhört, als würde einfach alles rausfallen. Ja, Digga, ich hab halt Schmerzen, ne. Das ist gar nicht cool, Mann. Die Hotdogs, Mann, die bringen mich um, Mann. Äh, du sollst die Hotdogs essen, ne? Oben rein damit. Luna ist bei dir schon voll. Äh, 10 passen noch rein. Ach so, Mann, ach shit, Mann, Alter. Ich nackt das doch, ey. So, Luna, deine ist auch voll. Okay. Ja, dann ist doch jetzt alles voll, oder? Ich nehm noch bisschen auf Hand mit. Cool, dann kann ich dir alles wegschmeißen jetzt. Ich geh schon mal dahin und ich komm wieder hin. Oh, also meiner ist voll. Fahr los. Echt? Ich würd mich ja wundern, als er das als Sound gesucht hat, ne? Was er da bei Google eingegeben hat. Mann am Scheißen, oder... Mieser Durchfall? Ich will's gar nicht wissen, Alter. Und Carlos denkt dann immer mit Licht fahren. Wechseln. Oh. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwann bringe ich die Lady hier noch zum Redenmann und führ die aus dem Date aus, Mann, weil das ist ne Zuckerschnecke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pacwa ist bei mir da hinten in den Bulli und bearbeite weiter Also im Meiden durftest du jetzt 5 noch reinkriegen Passt ne, ist es 50 hier rein? Ja, ne 25 Ne, hier ist es 50 Gekrümelt hier ist ja 50, hast recht Abonnieren break Das ist nicht mehr. Warum fahre ich jetzt zum Feld und helfe los schnell? Dann fahre ich zum Feld. Dann haben wir noch einen Bulli, das ist schon neister. Das Problem ist eher, dass wir eher verkaufen gehen sollten und ihr nicht helfen sollten. Das dauert da unten wieder ewig. Fahr mir jetzt dahin. Jawohl. Fahr du noch schnell zum Feld mit deinem Kleinen. Aber ich hab die Tasche voll. Achso, dann bleib du hier. Ja, lass doch mit Carlos zusammen runterfahren, oder? Geht doch besser. Ja, lass doch mit Carlos fahren, soll die nachkommen. Wenn das nicht was war, hat mir mein Geld. Ja, Carlos fährt grad schon, ich weiß nicht wohin. Ja bestimmt zum Feld. Dann lass dem Feld gleich treffeln. Du bist durch Luna hier? Ja, ich muss nur noch zwei verarbeiten. Gut. Ne, jetzt arbeiten wir grad für'n Carlos. Damit der gleich Stufe 2 ist. Dann pushen wir den Curtis. Und wenn wir dann alle Stufe 2 sind, pushen wir den Craig weiter. Dann spüren wir dafür ganz mit dem Fluss in der Luft. ...lasst er sich mit dem Fluss in der Luft. Shit, man, so viele Azubis hier. Meine Herren. Ich pack den Krümeltheten. Hey, yo, mach'n gut zu. Wer ist die Brühlenschlange hier? Ne, was geht ab? Was ist das Liss? Was ist das Liss? Ne, das nicht. So und dann? Wir haben mal was neues. Schluckst du oder spuckst du? Kommt ganz drauf an, yo. Alter, ist hier viel los, Mann. Jo, Mann. Alle wieder Freilauf oder was? Anscheinend schon. Ja, Mann. Wo ist denn hier unser Kollege, Mann? Das ist doch noch gar nichts hier am Zug. Ne, der mit dem großen Auto. Kein Plan. Ist der nicht hier? Doch, Mann, da drüben steht er doch, oder? Hat Carlos wieder verloren? Der... Boah. Namen, ey, ich sag's dir, ne? Hey, kommen sie aus Deutschland? Der tut mit dem Pferdepony? Ne, ne? Du? Ne? Du? Ne? So, Kofferraum ist voll. Kommst du aus der Ecke, oder was? Ne, hey. Komm wo es los sein, du? Aus wo? Aber du hast einen Akzent. Wie du sagst, ein paar bloß im Fernsehen. Ah, kennst du das? Ey, Lödikar ist voll, Mann. Jetzt weiß ich auch, warum diesen komischen Typ in der Dress in Prozent habe. Liss, ihr da ist schon voll? Und dann, wenn sie voll ist, können wir los. Ja, dann können wir los. Das ist zufällig, Alter. Was geht ihr? Das war überhaupt nicht lustig, Mann. Du? Gehst wohl? Ne, ne. Du? Der war echt gut, Mann. Hier stehen zehn Karren rum, Alter. Das ist doch noch gar nichts, Mann. Du kannst einmal den Klapp halten, der Scheiß-Karluchs. Was? Jo, was geht, Mann? Alles ist beinahe für dir. Ja, muss ja. Immer noch nicht befördernd. Nee, aber dauert nicht, wer lange macht. Nee, aber war jetzt kurz davor, dass er irgendwie in der Wüste ausgeht. Hält das Fuhl! Dann können wir los. Scheiße, ich brauche Twinkle in, kann einer. Halt ihm ein Twinkle dabei. Echt, ich komm. Ja, ich hab noch was. Ja, ich hab noch was. Halt ihm ein Twinkle in, hallo? Ja, chill mal. Oh. Oh, der hat's geschafft. Oh, ich fahr los. Nee, ich will nur nicht weiter. Wieso, damit du nicht aufs Maul bekommst, wenn du mir das nächste Mal fast in die Karre fährst, oder was? Willst du mit mir, Mann, der Fache schießt dem Kopf, Mann? Zwei Minuten, ja. Maximal. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt. Kussi, Kussi machen. Ja, vielleicht. Darf ich Justin mit dem hängen kommen? Nein, List kann nicht mit dem labern, wir müssen arbeiten. Ist das dein Ding? Was machen die da hinten? Die machen Kussi, Kussi dahinter. Oh, was? Die gehen sich rumlicken. Oh, alles klar, Mann. Ja. Also, aber kann ja wissen, ja. Ah, okay. Weiß ja nicht, ob man so Arbeitsbeziehungen pflegen sollte, ich weiß nicht. Ja. Ich glaub, das geht in die Hose, Alter. Haha, wie Frogenhände. Ui, oder später bestimmt. Haha, haha. Da hat er wohl recht, da hat er wohl recht. Da befällt er aber oft runter, Mann. Gieß, komm, wir müssen verarbeiten. Verdammte Scheiße, Mann. Oh. Ne, aber nach den Cannabis-Touren muss Craig sowas von nah davor stehen eigentlich. Oh, oh. Gib mir mal weg. Da, dass die Zähne ist nicht dein Ding. Du bist ja ordentlich Manufest. Oh. 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 Wenn man von ihm redet, dann kommt er auch schon. Wer? Wer denn? Na hier, der in der grünen Jacke, der meint, der hat Schulden bei dir. Auf jeden, Mann. Hat die dich verprügelt? Weil der Typ mir gestern mehrfach fast üblis in die Karre gefahren ist und so doof war, sein scheiß Licht anzumachen und nicht so viel gebremst hat wie du, dich sieht man von hinten ja noch. Was? Ich hab gar kein Licht. Ja doch, beim Bremsen schon. Aber ich bremse nicht, ich bremse nur für Tiere. Salamander sind lange. Hm, also ich hab dich auf jeden Fall von hinten gesehen eben, von dem her. Daryl, hast du dich also fürs Kräuter-Business entschieden, Jo? Ja, hab ich mir jetzt erstmal vorgenommen, keine Ahnung, scheint ja recht lukrativ zu sein. Ne, das bringt überhaupt kein Problem. Ne, lohnt sich gar nicht, Mann. Lohnt. Wenn du Geld machen willst, man arbeitet für mich. Liz, wo ist denn dein Pulli jetzt? Ähm, das müsste der hintere sein. Shit, Mann, ich bin voll, ich bin so doof, Mann. Ich bin auch voll. Wartet. Shit, Mann. Kurz. Guck mal was raus da, Alter. Hier warst du rein? Na, ich müsste noch fünf bei mir rein kriegen. Fünfzig meinst du? Naja, mein ich ja. Ah, fünfzig reingelegt. Ich bin verarscht, weil mir ging grad gar nix rein, Mann. Ja, ich krieg nirgendwo was rein und nirgendwo was raus. Ja, warte, ich kann hier jetzt was rausnehmen. So, ist raus. Wie viel hast du rausgenommen? Fünf. Okay. Können siebzig rein. Ich pack' 60 rein. Was, siebz? Warte, ich nehm nochmal sechs raus, dann kannst du reinpacken. So. Hast du? Ne? Du kannst siebzig reinpacken jetzt. Ja, mach ich jetzt. Moment. Sehr schön. Ich bin fertig. Du? Ja, Ufadi, grüß dich wie bei der Urlaub, Alter. Ufadi, grüß dich wie bei der Urlaub, Alter. Und siebzig. Willkommen zurück. Carlos, ich... Ahne, Carlos ist hier gegangen. Ich glaub, der muss nicht mal alles, den Chef in die Hand drücken. Wird schön gefördert. Ne, wird auch nicht müssen. Die Leute reißen. Der Rest geht dann an Curtis. Hat jemand von euch was zu trinken dabei? Ich jetzt nicht mehr. Auch nicht viel, Freddy. Ich war gestern... Ne, vorgestern im Knast. Hier. Heute ist der Gyfi im Knast. Wir arbeiten ein bisschen an der Beförderung bei den Leuten. Der Craig ist jetzt bald Meister. Carlos machen wir zum Gesillen. Ja, dann ab, fahr zum Händler. Wo ist noch um 5? Ja, ist doch egal. Du brauchst eh länger. Du musst ja alles alleine verkaufen. Ja, Carlos kann schon mal hin, der muss alles verkaufen erst mal. Alter wird schon bei dieser Tour befördert, dann kann Curtis schon verkaufen. Geh ich auch stark von außen. So, ich fahr auch los. Abfahrt. Zwei hab ich... Die krieg ich auch nicht raus alleine. Ich bin auch voll so. Ja, kann ich noch machen gleich. Leukops? Okay. Jo, mach mal. Kriegst du zwei noch hin und her gepeilt irgendwie? Jo. Nice. Hier kommen Cops. Das ist okay. Wir waren's nicht. Schönen guten Abend. Jo, Liz. Der ist ein wenig verletzt. Litt. Oh Gott. Oh Gott. Naja, der Herr wird sich ja um seinen Kollegen kümmern. Der Kräuter Kulti verarbeiten oder einen RTB schicken. Der, ähm... Lager hat hier, glaub ich, irgendwie... Weiß ich nicht. Was ist denn mit dem Kollegen passiert? Scheiße. Schreiffernseende. Wir können, oder? Jo, passt. Okay, ich fahr jetzt auf die Strecke, wenn hier Cops schon sind. Wenn du das alleine machst, kannst du so... Was sagte der Craig? 55 bis 60 Touren rechnen. Aber... Wir machen das jetzt immer im Team. Das heißt... So wie jetzt. Wir gehen jetzt alle gleich hin. Mit, ähm... Drei Bullys und den kleinen Autos. Geben das alles den Carlos. Der verkauft das. Und wird dann schneller befördert. Und das machen wir dann gleich bei Curtis. Damit der auch Stufe 2 wird. Und so weiter. Und wenn wir dann alle Stufe 2 sind, werden wir in der Nacht mal dann alle zum Cannabis-Feld fahren. Und werden da dann alles voll machen. Und dann wird der Craig verkaufen, damit der Meister wird. Ja, und wenn der Craig dann Meister wird, dann werd ich als nächstes gepusht. Und so weiter. So, der Jamar und der Steven, die beide schon Rang 3, also Meister beim Holz sind. Die pushen jetzt grad den Shorty. Hm. Nee, die pushen den Shorty erstmal auf Lang 2. Der denkt sich auch, holy shit. Was geht denn los? Aber die pushen halt mit Rang 3 Fahrzeugen, ne? Was meinte, wie schnell der Shorty befördert wird mit Rang 3 Fahrzeugen, Alter. Der Craig hat gestern ja schon hier mit paar anderen Leuten die Charlie gepusht. Die war auch komplett Rang 1 noch. Die ist gestern so Rang 2 geworden, ne? Mit 200 Kilometern. Ja. Ja, aber dann kriegt man, du kriegst jede Stufe, die du aufsteigst, äh, einen größeren Dienstwagen, ne? Wo du mir allein packen kannst. Ja. Okay. 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 Ja, man muss dann auch mal überlegen, für den Craig arbeiten ja sowieso schon Dennis, Charlie, dann die Lister, die jetzt auch mitfährt, die Luna. Das sind schon vier Leute. Wenn Carlos dann noch, äh, befördert wird, sind wir fünf. Mit mir sechs. Mit Curtis dann sieben. Und dann noch Craig, der schon Meister ist. Äh, ruckzuck wird das gehen. Mann. Ich weiß nicht, was Jammer quatscht, Mann Diggan, aber ich hab kein Money mehr. Ey, habt ihr noch gesehen, wie der Copper, wie der Copper umgefallen ist? Ja, für was hab ich denn damit zu tun, Mann? Du hast mich... Steig mal in neue Autos ein, bitte. Ich muss jetzt mal, komm mal, ganz ehrlich, Mann. Wenn er dir sagt, Mann, dass irgendwer Kohle gibt, dann musst du zu ihm. Ich hab nicht mal 8000... Leg auf, du musst verkaufen. Diggan, ich hab noch nicht mal 8000 Dollar auf dem Konto, Mann. Aber nicht mit dem Fox, er kriegt nix, Mann. Was? Ne, du rufst uns ja nicht an, Alter. Wir müssen mal salutieren. Was ist mitgegeben, Mann? Was quatscht er denn jetzt so, Mann? Sag doch, du hast keine Zeit jetzt. Wollen wir schon den Kühl mit dir halten? Ach, scheiße. Sollte an Carlos gehen, Mann. Warte noch mal, nee, noch mal bitte. Wir haben heute telefoniert ja, wir sind voll durch. Wollen wir mit Cannabis erwischt? Also 300 Stunden, äh, 300 Tage. Knast, Mann. Musst du das jetzt hier besprechen, Carlos? Ja, nein, okay, Mann. Pass, bitte. Muss du das jetzt hier besprechen, Carlos? Okay, passt. Ja, wir reden morgen noch mal drüber. Oder wir brauchen morgen Jamaanen. Ja, Ray? Boah, dass der Toob sein Handy nicht ausmacht hat. Ah, hab schon keine Lust. Da soll mich anrufen, ich telefonier mit denen. Du musst verkaufen. Das dauert ewig. Du, ich muss dir noch schnell was erledigen. Ruf mal Cooper an. Quatsch mal den Rest mit Cooper, Mann. Alter, hier ist dein Ohr am Nerven, Alter. Ist ja nicht unbedingt unwichtig, was er da sagt, Mann. Ja, aber der soll Cooper rufen. Yo, Fox. Hast du Zeit? Ja. Weil im Augenblick, egal mit wem man bei euch redet, irgendwie habt ihr ein Kommunikationsproblem. Kann gut möglich sein, ja. Gerade sagt Carlos zu mir, du rufst ja nie an, dabei hab ich Jamaan schon vor einer Stunde angerufen und erzählt, was mit Gyfi los ist. Ja, und ich hab dich irgendwie 500 Mal versucht anzurufen und jedes Mal Funkloch oder so. War mein Handy aus, weil ich unten bei einer Gerichtsverhandlung stand, die zwei Stunden gedauert hat. Kennst du? Okay, yo. Wo willst du dich treffen? Treffen für? Treffen für? Ich erzähl dir jetzt, was los war und dann kannst du das den anderen erzählen. Okay. Kannst du einfach zum Kräuterhändler eben kommen und machst deinen Beifahrern? Nein, ich fahr nicht da. Also zum Kräuterhändler? Ja. Okay, Kräuterhändler ist offen. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Mir gefällt dem Pisser seinen Ton nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sag dir? Ach, dass Kommunikationsprobleme hier bei uns sind und er würde uns die ganze Zeit versuchen zu erreichen und meint dann so... Ah. Das geht an Kurtis, Mann. Bist du befördert? Ja, ha. Ich nix? Ja, ha. Feldmann. Ja, dann geht's halt, Mann. Und ab nach vorne mit dir. Ah, die haben mich am Cannabisfeld hochgenommen, Fleddy, älter. Na, ich krieg jetzt von dir krieg ich gleich 300 Dollar und von Dings den Rest 700. Okay, passt. Warte mal, wie viel gibt's für Krümel Tee? 2 Dollar, ne? Weil du sag dir das gleich. Volle Tour sind 1000, glaub ich, beim Krümel. Ja, aber es geht ja um die Dollar pro Stück. Gib mir nur jemand jetzt, warte. Ja, ich geb dir was, warte. Ich hab dir grad gegeben, Mann. Naja, du hast wegen dem Anlass gegeben. Stell mich mal hier in deine Ecke, du Lippe. Nimm mal hier kann, sind noch 400 drin. Falls noch einer schon, ne? Was rausnehmen hier. Ja. Ja, da sind nix drin, Alter. Shit, Mann. Ich hab 2 Dollar. Na, dann krieg ich von dir 400 Dollar und von Carlos 600. Fox. Hä? Es geht, Fox. Jo, wo kann man hier reden? Hm, komm mit. Nimm mal noch den Tee aus meinen LKW da draus, bitte. Ich kann nicht ran. Ich hab mir gestern ein paar Rippen gebrochen. Eieiei, was machst du denn für Sachen? Bin gefallen. So. Wie viel weißt du von der Geschichte, die da oben passiert ist? Alles. War beteiligt. Okay. Gut. Ja, Giffy haben sie erwischt. Irgendwann am Ende. Mhm. Und sie haben ihm dann halt alles mögliche vorgeworfen. Drogenbesitz, Schusswaffen abfeuern, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und erst irgendwie ein Körperverletzungsdelikt. Das war aber falsch. Das hab ich dann angesprochen. Und dann meinte der Lensch halt irgendwann, ja, dann machen wir halt versuchen morgen. Was? Genau. Dann hab ich diesen Prozess durchgekämpft. Giffy und ich haben uns entschieden, alles andere zu gestehen. Da war ja auch nichts rum zu diskutieren. Mhm. Und dann haben wir über den versuchten Mord geredet. Ich hab eigentlich sehr, sehr gut argumentiert und hin und her. Und ich glaube, am Ende war sogar der Lensch überrascht. Aber der Krüger hat halt entschieden, ja, es war dann versuchter Mord. Ich hab dann Revision eingelegt. Das heißt, alle anderen Sachen sitzt der Giffy heute Nacht ab. Der darf schlafen und steht halt morgen Nachmittag irgendwann auf. Okay. Und dann wird diese versuchte Mordsache einzeln nochmal nachfragen. Mhm. Alles klar. Versuchter Mord ist dann wahrscheinlich eine ganz schöne Weile, wenn die das wirklich durchkriegen, oder? Das ist die härteste Strafe, die wir haben. Ach du Scheiße, Mann. Und da wird dann auch nichts mit Mindeststrafe oder so'n Kack, ne? Ja, doch. Also, es ist ja nur versucht gewesen und hin und her. Aber es ist halt schon schwachsinnig. Also, und ich hab eigentlich wieder gut argumentiert, so wie immer. Und hab auch Giffy gebrieft, was er für eine Zeugenaussage macht. Muss er so sagen, was ich wollte niemals. Und das war nicht meine Absicht. Und hin und her. Und was die Cops halt nicht verstehen. Erstens ein Cop verhandelt, ein Prozess, in dem auf Cops geschossen wird. Mhm. Ja, schon mal sehr cool. Und im Cop denkt halt immer, oh Gott, da ist was Schlimmes passiert. Die müssen doch bestraft werden. So, wenn das Gesetz das aber nicht hergibt und das verstehen die halt nicht. So hat er am Ende auch argumentiert. Boah, da wurde so viel rumgeballert und das war so schlimm. Und da muss ja jetzt irgendwas passieren und deswegen muss ich den jetzt hier verurteilen. Ich glaub nicht. Die verstehen halt nie, dass das Recht nicht immer gerecht ist. Okay, und wann ist die Verhandlung dann nochmal wegen dem versuchten Mord? Das wird sich wohl herausstellen, wann jetzt Richter und Staatsanwalt dann irgendwann mal gleichzeitig da sind oder sind. Okay, aber morgen Nachmittag kommt der Gyfi erstmal raus oder? Genau, also der Gyfi hatte gesagt, dass er normalerweise so um eins, zwei aufsteht oder um drei. Mhm. Und in Rücksprache mit den Cops und das war halt okay und das war auch gut. Und die meinten halt, damit sicher auch jemand da ist, dass er so um fünf aufsteht. Okay. Und dann kommt ja morgen so um fünf raus. So lange hätte er nicht sitzen müssen, aber dadurch, dass er schlafen darf und... Ja, alles klar. Kann man ja einfach verstehen. Nicht, dass er nachher da in der Zelle aufwacht und ist keiner da und dann verdurstet er da oder? Mhm. Ja. Dann weißt du Bescheid. Jo, werde ich so weitergeben an alle dann, Mann. Weil Carlos dann auch meinte, ja du ruchst ja nie an und hin und her. Ich war halt zwei Stunden da unten, hab direkt, als ich auf dem FD raus war, Jamar angerufen und wenn ihr nicht untereinander reden könnt, ist das mein Problem. Ja, der Jamar hat irgendwie nichts gesagt, Mann. Ja, ich hab den Jamar direkt angerufen, das ist schon fast eine Stunde her. Ja, nicht eine Stunde, aber eine halbe Stunde bestimmt. Ich sag den Jungs was gleich so. Ja. Also, die Cops spielen... Also das war halt so ein dreckiger Move vom Lench, zu sagen, ja okay, wenn es nicht schwere Körperverletzungen ist hier, dann machen wir halt einen Versuch zum Mord. Mhm. Heftig. Ähm... Fuck it, Alter. Aber habt ihr die Bullen verfolgt und auf die dann geballert? No comment, Alter. Ich nicht, aber... Wie doof kann man denn sein, dass die sind ja abgehauen, nachdem irgendwer gesagt hat, warst du das, das war irgendein Typ, hast du dich umgezogen? Mhm. Hattest du da auch eine Sonnenbrille an? Mhm, ja. Ja, mach die Sonnenbrille weg. Ich hatte eine Maske, die konnten die nicht sehen. Die haben gesagt, es hat jemand gedroht mit einer Sonnenbrille, mach die Sonnenbrille weg. Wenn ich's dir sage, hör auf mich, verdammt. Und wenn nochmal Cops von euch vom Feld weghauen und der, der das gemacht hat, den solltet ihr mal durch die Mangel nehmen. Nach... Wenn du das warst und ihr habt zu denen gesagt, haut ab oder wir schießen und die hauen ab, dann verfolgt man nicht zwei Cops und ballert auf mich. Mit fünf Autos oder so. Seid ihr bescheuert? Dann fährt man in die andere Richtung und verpisst sich. Jo, so wie wir das gemacht haben. Ich war nicht mit dabei. Und wer das war, den solltet ihr mal den Kopf waschen, ob er noch geistig behindert ist oder so. Hey, sowas sagt man nicht. Ne, doch leider schon. Also das war wirklich... Die Cops hauen ab, nachdem ihr den sagt, haut ab oder wir ballern. Und dann fahren irgendwelche Leute denen hinterher und ballern auf. Ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, was hier passiert. Und dass die natürlich dann fünf andere rufen, die auch kommen und rumballern, ist ja auch klar. Und eine lange Verfolgungsjagd gegen Polizisten gewinnt ihr im Augenblick nicht. Also so schlau könnte man vielleicht sein. Also wer das gemacht hat, den solltet ihr echt fragen. Bei dem könnt ihr euch bedanken, dass ihr jetzt die nächsten Tage... Weil die wissen ja, dass da noch drei, vier andere Leute beteiligt waren. Die stehen jetzt wieder jeden Tag bei euch an der Tankstelle. An der Tankstelle? Ja, die werden euch jetzt jeden Tag wieder hopsen. So, was sollen sie machen? Die wissen vielleicht nicht genau, wer das war, aber die werden euch jetzt wieder jeden Tag auf die Nerven gehen. Weil irgendwer Cops verfolgt hat und auf die geschossen hat. Ja, aber das haben wir vorhin schon drüber diskutiert. Okay, ich wollte es nur gesagt haben. Ich verstehe halt nicht, nachdem man die Cops da weggejagt haben und die wirklich abgehauen sind. Nein, das war auch doof. Das war auch doof. Ich habe es selber nicht gerallt, warum die das gemacht haben. Dann rede ich hier mit einem Vernünftigen. Aber wenn du es nicht gerallt hast, verstehst du glaube ich gerade, wie ich da stand bei Giffy und wie ich mir an den Kopf fassen musste. Aber was hat denn Giffy mit uns zu tun, Mann? Und warum... Ja, aber da war ja nicht nur Giffy, da waren ja auch andere Leute da. Da waren ja vier oder fünf. Giffy kann ja auch mit irgendwelchen anderen Leuten unterwegs sein, Mann. Diese... Ja. Und diese ganze Grummelkackerei jetzt zum Kotzen, Mann. Ich war da nicht mit bei, Mann. Ich musste auch leiden, Mann. Ja. Aber das Problem ist, wenn ihr jetzt demnächst mal mit fünf Leuten an der Tankstelle steht, werden die da wieder vorbeifahren und alle an eine Wand stellen müssen. Ja. Weil halten die davon, Alter, dass... Weil Zweifel, Alter, ist Unschuld und so eine Scheiße, Mann. Halten die nichts von, das sind Pisser. Und dann Zweifel gewannst alle, Mann. Ja, die... Wir halten die nichts von, Carlos. Was? Die sind halt auch blöd. Die sind... Die Kopfspielen auch schmissig. Das sage ich ja schon die ganze Zeit. Langsam sollte man ein Gesetz dafür einführen, Alter, dass man hier nicht alle schikanieren darf, Mann, Alter. Wie man Bock hat. Ja. Die Gesetze hier sind leider an manchen Stellen ein bisschen dumm. Ja. Weißt du... Ganz ehrlich, die haben nichts in der Hand, Mann, Alter. Und wollen dann nur noch da runterkommen zu uns, Mann. Was soll denn ein Mist, Mann? Du müssen sich nicht wundern. Ich warne euch noch mal. Jo. Wo bist du denn? Hier unten beim Pool. Du bist auch beim Pool. Okay. Ich komm auch kurz hin. Wo ist Curtis denn hin? Ich dachte, der ist bei euch. Nee. Okay. Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Wir machen. Ist auf jeden Fall kein Problem. Mach mal Klammern. Kann ich gerne machen. was geht schönen guten abend ich weiß nicht ich war der letzte der vom feld runtergekommen ist hab dann halt nur gesehen wie 23 von unseren autos die verfolgt haben bin ich da halt auch hinterher abgeguckt die haben alle geballert und 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 yo shit man lost internet brudi was geht ab man vielen dank für den host deine zuschauer was was geht alles gucci bei euch oder was hier war die kacke heute am dampfen jungs hey jetzt habe ich wenigstens die sonnenrelle auf die ich mir gekauft habe sind heute in der kolenne cannabis gefahren dann am feld sind da cops gekommen wir haben zu den gesagt jo verpisst euch oder wir knallen euch ab die sind ohne irgendwas zu sagen weggefahren zwei drei leute von uns sind im auto bei denen hinterher gefahren ich weiß nicht wie das genau war haben auf die geballert dann kam verstärkung von den cops die haben den güffi erwischt und der güffi sitzt jetzt bis morgen 17 uhr im knast und dann kriegt er noch eine harte gerichtsverhandlung wegen versuchten mord und wenn er wenn er deswegen verknackt wird dann eine güffi schön knast erp eine weile machen ja yo 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 fucks Dunkle Gas oder was? Ja, bei mir kannst du das auch sehen. Ich bin den Cops auch noch ein Stück hinterher gefahren und hat auf die geballert, weil ich halt dachte, okay, was machen die Jungs? Ja, bitte. Die müssten gleich alle hier sein. Hast du nur was im Auto drin? Nee. Ich ruf eine Nummer an, die ich nicht kenne. Hallo? Jo, hörst du mich? Du bist wer? Ich bin Daryl, Mann. Hast mir gestern Kohle geliehen und ich würde meine Schuld gerne jetzt bei dir begleichen. Ah, stimmt. Ja, kannst du zum Kräuterhändler kommen? Äh, wollen wir uns gleich beim ATM beim Kräuterhändler oben treffen? Jo, können wir machen. Ja, alles klar. Da komme ich jetzt dorthin. Alles klar. Jo, bis gleich. Peace. Ich guck mal, Curtis, ob ich noch was hab, ja? Ja. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Äh, ja. Ich verstehe das mit der Schikane schon, aber die Kops müssen ihre Handlung ansagen und mehr sprechen. Ist mein Autoralking, kann ich. Und beim Krüger einauf. Meine auch. Einauf Schikane zu machen, finde ich echt nicht witzig. Natürlich ist das keine Schikane, aber die können nicht immer vermuten, wenn die einen von uns erwischt haben, dass wir da alle mit dabei waren. Obwohl wir es ja waren, aber können die halt nicht. Können nicht immer davon ausgehen. Also müssen wir über den Quark warten. Jo, nur noch Quark. So, ich hau dann wieder. Jo, Fox, haut rein. Hallo Fox, tschüss Fox. Ich arbeite fleißig. Hallo Luna. Hallo Hals abschneiden, du. Ja genau, Hals abschneiden. Du wirst doch schon vom Staat bezahlen, dass du flichtverteidigt bist. Ja, aber die Arbeit, die, darüber reden wir glaube ich nicht mehr. Wir haben 7.000 Dollar, bist du verrückt? 8.000? Muss man das denn hernehmen? Muss man das 8.000 Dollar hernehmen? 8.000? Mhm. Kürz und knapp, Mann. Der Gyfi sitzt bis morgen 17 Uhr im Knast. Dann wird er rausgelassen. Wird aber noch vorgeworfen. Versuchter Mord. Das wird eine extra Verhandlung. Der wird 8.000 Dollar. Für was wird der 8.000 Dollar, Mann? Der kriegt gar nichts, Alter. Der komplett, der wird... Aus dem versuchter Mord haben wir ihn doch angeballert, ne? Craig, lebst du? Ja, ha? Craig, bist du im Leben? Hast du nur was im Auto drin? Nee, alles leer. Dann können wir ja, oder? Fahr'n wir los, Mann. Hast du allen ihr Geld gegeben? Nee, wer Craig Gelds was? Ich bekomme erst einmal noch 1.000 Dollar. Wie fährst du? Ich hab keine Ahnung, weil ich keine Ahnung habe, wie viel an Fahrl ausgeliehen. Ich habe 2.800 und 7 Dollar. Meine 1.000 kannst du behalten. Also Liz müsste auch noch 1.000 bekommen, oder, Luna? Ja, ich hab's von dir, aber das ist nicht schlimm, wenn der Rest jetzt... Ja, nee, das ist in Ordnung. Läuft. Wer kriegt nur Geld? Luna? Behalt ruhig. Aber das ist viel Geld. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie viel davon Carlos aus meinem Auto hatte. Dann krieg du den Spanisch ab, den Rabat bei dem Lackierer und so. Ich geh und schnell essen, trinken holen und treff mich mit so einem Kredittypen, den ich Geld geliehen hab, hier vorne beim Backautomaten. Dann fahr ich zum Feld. Bis gleich. Also schon mal los, Paul? Jo. Ciao. Ciao. Mm-hmm. irgendwie hatte ich deine nummer falsch eingespeichert deswegen hat er mir das nicht angezeigt weiß deswegen dachte ich so holy shit wer ruft mich an so willst du noch mal haben ja kannst du mir gleich noch mal geben warte dann lösche ich die ja immer raus 0 6 9 ja genau 0 6 9 6 4 6 4 7 9 7 9 8 4 8 4 speichern also kannst du mich ja mal kurz anklingeln dass wir um es geht vielleicht noch im netz oder so ja nice perfekt so 1 8 hat man noch genau aber der t-typ bezahlt einen gut oder kann man nicht meckern ja ja also ich bin durchaus zufrieden besser als diese scheiß pizzen ausfahren auf jeden mann ja nix war auf jeden fall sehr sehr hilfreich ich danke dir auf jeden fall dafür dafür nicht mann so da hast du es bitteschön dankeschön auf den sind genau und ich hätte mal noch eine andere frage und zwar dein geschäftspartner wie er sich vorhin vorgestellt hat hat erzählt ich kann ja noch auf andere weise irgendwie kohle verdienen äh wie genau sähe das denn aus ja da musst du aber noch ein bisschen sag ich mal ein bisschen länger arbeiten hier bei unseren kräuter ach so ja gut das stimmt ja ja verstehe ich meine die kopf haben hoch überall ihre witzel und so ein scheiß bestimmt also auf ja und es geht auch darum ähm du musst eine fortbildung vom chef belegen und so der muss sich auf ein seminar schicken damit du äh mehr pflanzen kunde und so was weiße so alles klar ja gut das stimmt sobald du dann befördert bist dann kriegst du auch so hier so ein dienstfahrzeug da und dann kannst du halt ein paar andere sachen machen ne die aber auch nicht von der polizei gerne gesehen werden also wenn du sagst ähm ne man illegale sachen überhaupt nichts für mich dann würde ich das auch nicht versuchen man das ist gutes geld was du dafür bekommst aber wenn du mal ein unternehmen oder so hier gründen willst und vorbestraft bist man hast du halt die arschkarte ne ja das stimmt naja mein äh unternehmens ja philosophie kann ich es nicht nennen also mein mein ziel was ich eigentlich anstrebe ist äh bisschen größer als bloß ein bisschen zeug hin und her fahren wenn du verstehst was ich meine na klar man also keine ahnung ich bin zwar noch nicht lange hier aber was man über pieper und dem ganzen scheiß liest ist ja echt ne feierlich mit den bullen hier ne das ist hardcore also wirklich so und das problem was ich glaube ich sehe ist dass die straßen hier noch zu unorganisiert sind mhm da fehlt weißt du keine ahnung die bullen die haben richtig verschiedene kernen haben Waffenarsenal hinter sich und den ganzen scheiß so und du wirst dann wegen irgendeiner wegen dem stopp schild angehalten weil die einfach wissen die können es man so und genau das weiß ich nicht muss man irgendwie umgehen und deswegen wäre es mein ziel irgendwie eine richtige organisation groß zu ziehen die sich dem ganzen dann entgegen stellen kann mhm aber schwierig man muss sich auch vor augen halten man man legt sich damit mit dem gesetz quasi an ne ja ja das verstehe ich schon aber ähm keine ahnung ich hab halt auch nicht vor mir von vom gesetz meine freiheiten einschränken zu lassen ein bisschen übertreiben die schon das stimmt oder also keine ahnung ich bin ja das soll ja keine terror organisation werden die als der irgendwie bullen jagd vor hat aber es soll eine strukturierte er soll einfach eine struktur bieten für für leute die immer mit dem kann gesetz konform gehen aber ich bin kriegst undercover fahrzeuge um nach überfällen oder nach liebstählen oder sonst irgendwas untertauchen zu können ohne mit einem firmen fahrzeug weiterfahren zu müssen oder mit anderen auf dich identifizierbare kam es gibt zwischen es soll zwischen positionen geben wo man seine beute gegebenenfalls ablagen ablegen kann bei unauffälligen menschen die bisher bei der polizei noch nicht bekannt waren damit die bullen bei einem nix finden also das soll strukturen annehmen die es einfach viel viel schwerer machen für die cops uns auf der straße zu ficken auf jeden da brauchst du aber halt menschen denen du wirklich hundertprozentig vertrauen kannst man ja weiß ich und keine ahnung also ich habe vielleicht ist ein bisschen engstirnig von mir aber keine ahnung du wirst halt der erste der bisher klein gekommen hast gesagt der man kann die kohle geben wenn die kohle brauchst ist kein stress gibt mir einfach ein bisschen mehr wieder und dann hast du nicht ganz so schwer und keine ahnung also jetzt nicht schwul klingen oder so aber das hat halt schon bei mir ein paar synapsen geweckt ja ne mann ich dachte mir halt ne ich habe die scheiße selber durchgemacht beim pizza und paket fahren man das wünsche ich keinen keinen anderen alter ja sehr auf jeden fall war das meine meine rettung wahrscheinlich wahrscheinlich an dem beruf verreckt wenn irgendein drecksbulle wieder zu schnell unterwegs ist und keine ahnung mich vom roller reißt oder so man mann mann naja also du kannst mir jetzt gerade keine ahnung ich brauche irgendwie mal kontakte zu kreisen also weißt du was ich meine ich habe halt ich kenne ja niemanden so wirklich man muss halt versuchen gerade wenn das hier so das kräuter business angeht würde ich halt versuchen über die arbeit da sind ja immer genug da erst mal ein paar kontakte knüpfen man es ist ja auch so brauchst dann ja die leute quasi die da auch arbeiten außer du sagst du möchtest das dann halt für alle berufe anbieten die auch was illegales machen können ja ja das soll halt es soll eigentlich so eine allrounder organisation sein also ich will den leuten leuten ja ihr ihr business lassen was sie so für sich aufbauen können ich will bloß zusätzlich stehen die struktur bieten dass das das business auch gut läuft sozusagen auf jeden also keine ahnung wenn jemand innerhalb meiner strukturen probleme hätte mit jemand anderem oder es droht ein überfall oder sonst irgendwas will ich einfach die struktur bieten die leute davor zu beschützen in gefahren vor zu beugen hinsichtlich irgendwelcher polizeikontrollen und das soll eigentlich mein ziel sein also ich will nicht wirklich leute für mich arbeiten lassen die ja die halt direkt mit dem mit dem produkt zu tun haben sondern ich möchte mehr eine dienstleistung bieten für die leute hört sich gut hört sich gut ja aber keine ahnung ich weiß halt nicht wie mich das erzählen kann wie gesagt ja habe ich das einfach mal erzählt weil ich deine aktion gestern nicht cool fand ja und dann nicht für man muss auf jeden fall aufpassen ich habe selber schon hier mitbekommen es sind sehr 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 viele snitches unterwegs den du wirklich nicht alles erzählen kannst man das glaube ich muss man vorsichtig sein ich weiß also wenn du mal irgendwann oder wenn du irgendeine idee hättest an wen ich mich wenden kann oder so kannst du einfach mal bescheid geben oder so auf jeden ich habe ja deine nummer mann und dann würde ich sagen quatschen wir die tage noch mal ich höre mich ein bisschen um und dann suche ich dich an oder so ja das wäre echt übelst geil weil ja wie gesagt das oder meine planung erfordert halt viele menschen und vor allen dingen viele menschen dem man vertrauen kann ja auf jeden also keine menschen sondern freunde ich werde doch mal was abchecken alter dann lass ich mich bei dir hören alles klar mach mal so außer deinen schönen abend noch nappe Jo, der gute Ossi Ähm Ah, hat er sich nicht schlecht an, was er da erzählt hat Gucken Das ist halt wirklich, ähm Man könnte die vielleicht so In Zwischenstationen Und so positionieren Ah, da müsste man so ein bisschen Überlegen, aber wie gesagt Das ist immer die Sache mit diesen Kammern, den Leuten, die dabei sind Allen vertrauen Selbst wenn da mal was schief gehen würde Ob die dicht halten Schwierig, ne? Ihr wisst ja wie das ist Da bleibt sehr wahnsinnig, aber So começou eine Körste Und jetzt wird das Wird Re짜 Und jetzt får ich mich einfach Halluh Ich glaub, Koks gibt es noch, ne? Aber ich weiß nicht, ob Koks schon jemand kann. Ich glaube nicht. Das Ding ist ja sowieso, wenn wir das... Wenn wir erstmal die Gang gründen, können wir ja das eh nicht mehr selber fahren gehen, ne? Dann haben wir mit diesen Fahnen und so eigentlich gar nichts zu tun. Da brauchen wir halt ein paar Leute. Es müssen nicht mal viele sein. Also zwei, drei Leute, die halt die Eier dazu haben, das zu fahren. Und dann könnte man halt sagen, ne? Man sorgt dann für den Overwatch oder irgendwie sowas halt. Aber eigentlich selbst das müsste dann... Da müssten sich irgendwie ein paar zusammenfinden, die sagen, Jo, wir fahren das, organisieren das durch mit Overwatch und allem. Und verkaufen das dann halt quasi nur an uns. Dass wir halt quasi nur sagen, jo, wir kaufen euch das ab und fertig. Und dann können wir ja auch mal. 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 Ja, brauche ich immer was zum... Essen, Trinken, Irgendwie, Yo? Brauche irgendjemand was zum Essen oder Trinken, Mann? Ja, Mann, Essen, Trinken wäre cool. Nehmen wir auch bei dir das Mann. Cooper, kannst du mal Craig klarmachen, Alter, dass er nicht so bescheuert ist, Mann, Alter? Danke. Danke dir. Bis, brauchst du auch noch was? Hm, warte mal. Nee, haut hin, danke dir. Cooper, Mann. Ihr denkt mal, ihr beiden seid die ersten, Alter, die Meister werden, Mann. Ja. Du brauchst doch noch den Dings, Mann, Alter, den der Medic mir angeboten hat. Mhm. Denn wäre reines Graskrankt, Mann, Alter. Ja, ich bin vorbestraft, Mann. Ich bin raus. Wow. Deswegen, Mann, aber du kannst trotzdem mir reines Grasklammern, den Dinger. Jo. Ich muss es kurz danken. Danke. Aber der hat keinen Bock, mit mir zusammen das zu machen. Ihr dürft das eh nicht so sehen, dass ihr da dann ganze Zeit mit Freifahrtsscharmen fahren könnt, ne? Nee, nee. Sowieso nicht. Einmal, einmal im Monat oder so, Mann. Dinger, wir müssen heute noch 30 Mal fahren für mich, ne? Tch. Hehehehe. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht, Gürtis. Alexei. Wie hörst du? Alexei. Du denkst auch, du bist von E-Sens, ne? Nee. Du? Nee. Du? Ey, welche Karre sind wir nicht schon, oder? Meine ist noch komplett leer. Ein was? Ist doch ein Aluholiker. Nee, nee, kein Aluholiker. Wieso? Siehst du aus? Ich bin deiner. Willst du kurz sehen? Meiner ist da, wo der Carlos eben war. Nein, ich will Kräuter nicht reinlegen, oder so. Du willst Kräuter mich reinlegen? Ja, wenn du deinen Kofferraum aufmachst. Ich mach dir Tee in den Bauchnabeln, dann schnurre ich das. Du kleine Kerl. Das ist meine. Nee. Ich brauche. Ich weiß noch nicht mehr, wer meiner Kofferraum ist. Hier, Liz. Hier. Oh, verdammt. Wo soll ich schon mal ein Dreck gegen einen Kräuter so hin tun? Äh, bei Koopa, mein Ding. Wo ist der Koopa sein, glaube ich, du? Ich glaube, eigentlich nur noch sammeln und erst mal rüber, oder? Ganz hinten links, da ist Curtis. Ganz hinten, Mann, da. Der's here? Nee, andere links. Sind immer noch nicht alle da? Von euch? Der's here? Ja, ha. Das ist nämlich schon ziemlich viel. Hier, jo. Craig, ich frag jetzt nochmal, hast du Bock, das noch zu machen, oder nicht? Du hast vorhin gesagt, Alter, halbe, halbe, kannst du knicken, Mann. Was machst du denn, was machst du denn außer Telefonschwingen? Hau raus. Den Shit da an den verkaufen, Alter, weil ich noch nicht kriminell war, du Vogel, Alter. War auch noch nicht kriminell. Aha. Mir werden nur Sachen vorgeworfen. Oh, super. Läuft bei dir. Aber wie kann man so engstürnig sein, Alter, ey? Nicht aufregen. Nee, das nennt man engstürnig, Mann. So, dann sind jetzt alle Karren voll, oder? Nimm mal die Taschen, die sind noch nicht hoch. Kann dir 3G, Mann? Dann gib mal, du. Das ist aber selten nicht von dir. Ja, ha. Mach 300 Dollar, bitte. Hm, ich schlag dir deine 10 aus, den Kiefer. Da kannst du Felge suckern, Motherfucker. Habt ihr eigentlich vorhin noch beim Verarbeiter damit gekommen, wie die Cops da gekommen sind? Ja, ich hab das gesehen. Der Schlager steigt aus und kippt erstmal um. Wom das denn? Keine Ahnung. Er ist ein wenig mit viel Schwung ausgestiegen, ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sally? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 «Bist du fertig? gasp… Ah, so. Ich warte, der wäre da irgendwie am nachdenken oder so. Oh, nicht den Craig machen. Boah, was hat Craig hier nochmal gemacht? Alter, hier ist irgendwo gleich eine Rampe oder so, ne? Oh, voll sick. Oh, wo war das? Hier, ne? Oh, shit. Woo! Fly wie Adler, Alter. Oh, oh, oh. Hoffentlich ist da niemand drin im Zelt, Alter. Jo, wo es geht? Zum Verkäufer. Okay, bis gleich. Bis gleich. Shorty und die noch einmal arbeiten? In Shorty sind... Ah, doch, die Shorty-Nummer hab ich doch nicht. Ah, glaub ich Shorty noch nicht. Der, glaub ich, noch gar nicht gearbeitet beim Huls. aus. Chun Ruh. Mus ist das. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. So. Oh, die Toilette, man. Ich hab's doch gesagt, die ist cool, Mann. Ich hab's doch gesagt, die sind gut. 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 Sind da auch ein bisschen Unglück passiert. Ja, hoffentlich nicht. Fahren wir wieder zum Feld? Jo. Alles klar. Tschüss, Mr. Polizei. Einen schönen, schönen Abend noch. Dankeschön. Fahren wir noch einmal hoch, ja, oder? Natürlich. Go, go. Vielen Dank. Blende dich mit Fernlicht, man. Easy going. In der Tanke noch? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Irgendeinen habe ich am Straßenrand gesehen. Das wird wohl der Carlos gewesen sein. Am Straßenrand mit Polizei oder ohne? Nee, ohne. Wir sind in New York. Wir sind auch beim Tako-Laden da angehalten oder was? Ich habe Hunger und Durst, Mann, Diggern. Tako-Tuko. Ja, aber in dem Nacka da kann man richtig krass driften. Wir sind in New York. Ich bin auch egal. Ich bin auch egal. Wir sind in New York. Wir sind in New York. Wir sind in New York. Ich bin 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 in New York. Auch im Park der Typ dahinten, der ist lebensmütig. Wenn da mal der Tank hoch geht. Was denn für ein Tank? Der, der da hinten nochmal ist. Die Kanister. Wie auch immer. Wo der Typ steht. Hallo ich bin's, The Curtis. Hallo, Clotus. Ich muss einfach mal das Haupttasch streichern hier, Alter. So wuschig. Jetzt macht der nächste an. Wahnsinn. Ich bin's, The Curtis. Ich muss einfach mal das. Ich bin's, The Curtis. Ich bin's, The Curtis. Oh, ich muss morgen auch wieder arbeiten. Was geht ab, Schordi? Ey, am Wochenende kommt COD bitte raus, ne? Wird sich das irgendjemand von euch gönnen? Schordi wird befördert. Schordi wird befördert? Sehr gut. Wie handelt sie zu, Isabel? Ist er jetzt Meister, oder? Ne, der ist Geselle jetzt, glaube ich. Ja, ja, dieses Wochenende ist PC-Beta, oder beziehungsweise für alle Beta. Man kann jetzt schon preloaden. Also, wir haben am Freitag ein bisschen COD gezockt, Boys & Girls. Hey, I'm just making you. Ah, letzte COD, was ich gezockt hab, war Black Ops, weil der Rest mit so abgespaced war. Aber das werde ich mir mal wieder angucken. Auf Konsole kannst du doch eh keine Shooter spielen, Mann. Würde ich zu dir sagen, jeder Shooter ist das Scheiße. Jo, Beta kann jeder zocken. Dopen Beta für alle. Bit nice. Jo, Don. Jo. Ich hab was in deinem Namen gepiept. Also, nicht ganz. Hat's auch noch Zeit zum Piepern. Das ist echt zu viel Langeweile nebenbei, kann doch sein, Mann. Nein, Mann. Irgendwie muss ich doch tun. Du willst arbeiten. Irgendwie muss ich mich kompensieren, verdammte Scheiße. Du weißt genau, was passiert, wenn ich das nicht tue. Okay, warte mal kurz. Nee, warst du da dabei? Du warst doch nicht dabei. Okay, du weißt es nicht. Nee, ich hab dich noch nicht an Action gesehen. Jo, diese Beta ist kostenlos, Mann. Registriert man sich eben. Ich sag ja, man kann jetzt schon preloaden. Also, wenn ihr nicht so schnell das Internet habt, fangt jetzt schon mal an, das runterzuladen. Dann, glaub ich, irgendwie 19 GB oder so. Ist schon alles fertig, glaub ich nicht. Und dann geht's Freitag ab. Bisschen geballert. Ratatata. Ja, ja. Weil ich bin nicht... Ja. Ja, ich bin nicht rangekommen. Ich hab am dauernd deinen Kofferraum nur gekriegt und du hast keinen Platz gemacht. Aber wenn mir die Beta gefällt... Ich sag ja, letzte COD, was ich gezockt hab, war Black Ops. Und COD 4 hab ich halt auch hardcore generdet, Mann. So, die fand ich noch ziemlich nice. Danach war's bei mir so, äh, hau ab damit, Alter. Aber jetzt, jetzt, jetzt wird mal wieder ein Kott gezockt. Da freu ich mich schon drauf. Ich muss ja hier für, äh, ordentliche Arbeitsstimmung sorgen, dass du nachher jammerst, dass du Rückenschmerzen hast oder so. Aber das ist der letzte Runde, ne? Aber ich mach keinen Spaß. Ne. Ich fahr danach noch T-Beutel, Mann. Äh, ich mach danach dann Aufschluss, denk ich. Hey, das Kuma-Tee-Dunde. Wiesst du, Mann, das gingen die letzten COD-Teile alles so Richtung... Halo, Quake, Alter. Ja, überhaupt nichts für mich. Dann spiele ich halt Halo oder Quake oder sowas, ne? Aber dann nicht so ein COD-Mischmasch, Alter. Hey, bin ich doof? Ich hab das nur mitgenommen. Ich bin dieb, keine Sorge. Was heißt hier, ich soll arbeiten und nicht klinnen, Mann? Was muss ich doch machen, da weil ihr verkauft? Was solltest du? Hm? Ja. Ja. Ich bin Moodle, ich hab rum, mir ist langweilig. Ist nicht immer so oft, wenn man auf Arbeit ist, Alter? Da hinten hast du noch ein Transport, da wo auch Spreuter drin sind. Ja. 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 Ja, bitte. Du hast da zählter mit dem Typen gestern. Welchen Typen? Wenn man sich das Bein abschlecken lässt, verzichte drauf, man. Nö, du hast mir doch mal von dem Typen mit dem Pferdeschwanz erzählt, der im Park war und einen privat Typen gesucht hat, ja? Ja. Ah, das hat er gestern nochmal bei uns rausgehauen. Ich hoffe, der hat aufs Maul bekommen. Haben wir ihn die Fresse poliert. Und dann hat er sich auf Knien bei uns allen entschuldigt und was macht ihr, leckt mir die Füße ab, Alter. Oder das Bein. Ach, im Pennerpark gestern so ein komischer Vogel, Alter. Ja. Du musst dir vorstellen können, dass da kommt einer, der noch weißer ist als der Typ hier und sagt, yo, ich suche einen Privat, Niggi, was, äh, bin ich da richtig hier? Oh, weiß, das neue Schwarzmann. Sind alle fertig? Ich, ja. Nope. Nee, ich nun nicht. Na, aber, die Kofferräume sind fertig. Ja, wenn du die einmal Kräuter jetzt rausgenommen hast, dann ja. Nee, hab ich nicht. Nee. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin mal gespannt, wie das Game wird, man. Ich habe mir die Beta auf Konsole nicht wirklich reingezogen. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. hm Sollte ich jemanden dabei wischen wieder aus den Autosklautsch in dem Kopf und du schließt nie wieder auf. Kannst du? Ja, ich kann. Wie viel Platz hast du denn? 100, Makalus. Ich hab nichts in der Tasche. 110, ne? 110 geht auch. Glock party with the... Bay. Hello from the other side. 5 nicks got garbage down the way. Road up. Cash team. We think around. Queen is. Yeah. Check this old fly shit out. Road up. Cash team. We think around. Queen is the one. And we hit the dollar. Shake this shit. Yup. I grew up on the crime side. The New York Times side. Saying alive was no job. Had second hands. Oh man. So then we moved to Shannon land. A young dude. We didn't miss them. What? The Lasson. Yes. The Lasson. The Lasson. What? The Lasson. The Lasson. The Lasson. The Lasson. The Lasson. And Yourself. The Lasson. We hope you find. The Lasson. I will feel the love. The Lasson. Did I keep track? Ah, hör auf dich zu drehen. 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 Ja, ich zahl Einkaufspreis vom Lack, Mann. So, treffen wir uns jetzt gleich noch irgendwo? Also, ich fahr jetzt noch weiter, Mann. Du wolltest mit mir reden, oder? Ja. Geben wir, kommen, Cooper, Kissen und Peter, Carlos, tanke schnell, du gehst hier arbeiten. Ja, kurz tanke und dann hau ich mich hin, würd ich sagen. Kurz tanke, du pennen. Weißt du mit dir, Carlos? Ich geh ja nicht pennen, Mann. Ich geh zwar nicht pennen, aber ich geh nicht mehr arbeiten. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen heute. Ja, komm, so tanke, Carlos. Ich helfe Crack weiter. Na dann, wünsche ich schon mal eine gute Nacht, Mann. Bis morgen. Tschüss, schlaf gut. Bis morgen. Hau da rein bis morgen. Bis morgen. Oh, so viel hoff ich. 1000 Dollar? Ja, zweimal 480. Also 960. Ja, Mann, fett, Mann. Wurde mich für dich. Danke. Du sollst jetzt ja bald nach Hause, die Mama hat angerufen. Gute Nacht. Tschüss. Außer dein, peace. Ja, das war doch ein erfolgreicher Arbeitstag heute. Ich denke mal, der Craig morgen, wenn ich von der Arbeit komme, dann wird er wahrscheinlich schon lang drei sein. Ich denke mal, der sich schon lang drei sein kann. Okay. 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 die wir glaube ich in der werkstatt arbeiten das ist schwer kein plätze mehr muss mir da was einfallen ist ganz viele wohnen da arbeiten ich bin voll mutig war nie so lange arbeiten arbeiten ist anstrengung mann guck dir die nirren an ohne licht alter wer ist das karlus eben noch die cops hier vorbeigefahren muss mit licht fahren man das wird richtig teuer das ist schwerer eingriff in den straßenverkehr mann da die dürfen wenn ich es nicht anhaben was solltest du mich fragen können wir kurz ein stück gehen du kannst ja hier wo mein buch dann ja karlus weiß ja ihr bescheid geht um die werkstatt werden ja schon mal schon stimmte arbeit das ist richtig das ding ist ich kann nicht so viele Leute einstellen weil ich muss die selber bezahlen in den gehalt das ist richtig aber eine frau ist auch gut fürs geschäft das ist so wie du willst aber sollte ich wohl den werben machen ich kann dir nicht versprechen muss mir gucken du musst dir nicht versprechen aber auf jeden fall vielleicht mal drüber nach dich sobald ich die hab dann klären wir das vielleicht geht ja auch schwarzer bald weißt du das von mir aus auch aber da ist ja eher in die in die sag mir nix wenn du schwarzer bald ist bei mir kannst du nebenbei nur was anderes machen und kannst dir nur was dazu verdienen sehr gutes angebot man weiter kräuter juhu ja weil der kulte und kannst du nur mittags kannst du im tanksteller der werkstatt machen und abends in geheimen kannst du ein glücklinge mario nach oben auf jeden fall besser als superwende dran denkst weißt du dann bescheid weiswegen ja du bist du sowieso bei der öffnung alle sind bei der öffnung gibt es denn da schon infos wann die ist naja kann ich dir nicht verwalten der typ vom stadt will sich bei mir melden aber ich denke es kommt jetzt bald nicht mehr so lange wird zeit wird zeit wird zeit wird zeit ich sag dir auf jeden fall bescheiden am besten quatschen wir morgen also heute mittag noch mal weil ich bin nicht nur ja ich auch heute viel zu viel gearbeitet wir werden dann sowieso heute noch mal arbeiten gehen weil ich auch will das wirklich mario nach meinen finger einmal haben bedeutet nur stress digga naja ich mach das intelligence nicht so wie ihr doof das ist ja ich habe mich jetzt hin okay du gehst nicht bei karos ne ich bleib noch kurz wach aber ich glaube du weißt nicht was dich erwartet mal auf einer guten ab bis nachher ich weiß nicht was dich erwartet carlos krass aber ich geht weg los ich sag bis morgen hau da rein schuhe gut genug gearbeitet heute zehn stunden fast wieder fleißig fleißig der kubalde so leute ich sag schon mal danke fürs zuschauen ne für die subs für die follows für die donations man ähm ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder ich weiß nicht wann ich anfange zu streamen doch ein bisschen später wird erst so gegen halb acht oder sowas ich schicke euch jetzt noch zum wunderschönen mexikaner rüber und ihr wisst ja ne der süße lover boy nutzt hier gern mal rum also würde ich sagen lassen wir den carlos ein paar knutscher da oder leute ich habe euch lieb bis wir sehen uns morgen hau da rein oder bis zum nächsten mal man im 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 Untertitelung des ZDF, 2020